Es ist 17.30 Uhr, Montag. Sagt man schon Abend um diese Uhrzeit? Für dich ist ja gerade Frühstück. Für mich ist es noch nicht Abend. Aber es ist auf jeden Fall Zeit für Zugzwang, dem einzigen Schachturnier der Welt aus Deutschland. An meiner Seite Großmeister Jan Gustafsson. Ich bin Großmaul Etienga D. Und jetzt geht's los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Spannung steigt ins Unermessliche. Heute das dritte Viertelfinale. Markov gegen Tietze. Klingt schon wie so eine richtige Großmeisterschachpartie, finde ich. Ja, Markov auf jeden Fall. Tietze noch nicht. Noch nicht, aber wir haben es ja auch vielleicht, wenn ihr gerade noch die Pre-Show gesehen habt, schon gehört. Es gibt wenig Spieler auf dieser Welt, die Rustam so gepriesen hat, wie Stefan Tietze. Warum eigentlich? Du warst dabei. Was war da los? Ja, Stefan Tietze ist tatsächlich der einzige Spieler, der mit einem Matchrekord von 0 zu 1 von einem Ex-Weltmeister als Jahrhunderttalent im Schachspiel. Oder der vielleicht begabteste Spieler der Geschichte hat Rustam Kazimchanow, glaube ich, gesagt über Stefan Tietze. Macht natürlich jetzt ein bisschen Druck auf ihn hier im Zugzwang-Kontext. Meinst du, diese Bürde, die wird Stefan Tietze behindern? Es ist ganz schwer einzuschätzen. Stefan Tietze ist ein Mann von vielen Talenten, das wissen wir. Aber ob er auch das Talent hat, um ruhig zu bleiben beim Schach und um konzentriert zu bleiben und nicht sich von Nervosität anstecken zu lassen, das weiß ich nicht. Das kann er uns jetzt selber sagen, denn jetzt sind uns die beiden Kontrahenten zugeschaltet. Hier sind Maxi Markhoff und Stefan Tietze. Hallo. Moin. Einen guten Tag. Okay, was ist da los, Stefan? Ach, ich freu mich. Ich bin total gelassen. Ich kann super mit dem ganzen Druck umgehen. Alles gut. Nee, ich bin super entspannt. Haha. Haben wir noch was vor heute? Guck, wir lassen ihn einfach mal so ein bisschen. Das ist schon ... Ich freu mich. Stefan, ich freu mich. Das ist die große Unbekannte nämlich. Ich hab eben mal auf dein Chess24-Profil geguckt. 320 Partien stehen da zu Buche. Da sind noch nicht Partien bei anderen Plattformen mit eingerechnet. Diese 320 Partien, die sind aber noch nicht so lange her, oder? Nee, das stimmt. Vor allem die letzte ist noch nicht so lange her. Vor ein paar Minuten, die ist richtig Hose gegangen. Von daher bin ich guter Dinge. Man sagt ja, wenn die Generalprobe nicht funktioniert, dann ist doch ... Aber du bist schon ein bisschen im Schachfieber. Du hast viel trainiert, unter anderem mit unserem lieben Ex-Kollegen Raphael. Kann man schon sagen, dass sich die Schachsucht auch so in der Pandemie gepackt hat? Ja, voll, natürlich. Und vor allem Zugzwang ist auch ein großer Bestandteil. Und Jan natürlich auch. Und so war ich ja auch oft bei Twitch zu Gast. Und ich hab mich so gefreut über die Einladung, als Karne dann die Mail geschickt hat. Ich hab so über drei Zeilen einfach nur Ja geschrieben, weil ich so Bock hatte, eingeladen zu werden. Weil er halt Zugzwang auch ein bisschen maßgeblich dafür beteiligt ist, dass ich in so einem Schachhype verfallen bin. Also, sehr addiktiv. Merkst du ja auch selber, Etienne. Ja, merk ich selber. Nicht mit dem gleichen Erfolg, aber mit der gleichen Sucht. Maxim. Wie gesagt, Matchrekord 0-1. Ja, na ja, gut. Maxim, kommen wir mal zu dir als Titelverteidiger. Ne? Ja, eine brutale Rolle. Aber eigentlich auch eine sehr, sehr entspannte, muss ich sagen. Ich bin ja quasi schon in Schachrente. Ne? Deswegen hab ich alles erreicht. Und deswegen ist heute, also ich freu mich drauf. Mein Gehirn schwang noch zwischen purer Entspannung und natürlich purer Panik, wenn ich 300 Games höre. Aber, ähm, nö, ich hab Bock. Meine Kinder haben mich auch vorbereitet. Ne? Falls ich eine krasse Gabel spielen sollte. Haben sie mir was Passendes gebastelt zum Hochschalten. Aber, äh, nee, sonst ist, also ich freu mich mega drauf. Ich hab schon gesehen, gestern, äh, oder das, also Reefd und Waren sind ins Armageddon gegangen, so. Das ist ja schon Unterhaltung pur. Und wenn es weitere Leute packt, ins Schachfieber quasi zu geraten, dann ist das super, super nice. Also gerade wirklich, die Pandemiefrage ist genius, actually. So, und das macht halt, macht halt wirklich Spaß. Ich hab jetzt auch ein bisschen, ein bisschen mit Johnny trainiert und ist einfach ein cooles Game. So, kann man nicht sagen. Also, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hast du denn seit deinem Sieg, hast du es einfach ausgekostet, das Geld verprasst? Oder hast du, ähm, hast du, bist du weiter fokussiert geblieben und hast, äh, an den Schachskills gefeilt? Ja, ich hab mich hart in die Schulden getrieben, alles verspielt, äh, nee, alles rausgeballert natürlich, also hier die, ich hab mich über den Pokal sehr gefreut, ähm, aber großartig gespielt, wirklich nicht. Ich hab mir mal kurz überlegt, ob ich's nochmal, nochmal, nochmal mache. Da hat er mich irgendein Tweet von Varian an die Realität zurückgeholt, der gemeint hat, er hat mehr trainiert und wurde immer schlechter. So, das, das war auch so ein kritischer Punkt, aber ... Terminal. Ja, ja, das ist, ja, manchmal ist es wirklich ein Nachteil. Also, manchmal zerdenkt man sich das Game, aber er großartig vorbereitet nicht. Also, heute geh ich mit einem deutlich ruhigeren Puls ran, das ist so meine Idee. Jan, du hast sie beide spielen sehen, du hast, äh, auch mit beiden privat schon, glaube ich, obwohl mit Maxim weiß ich gar nicht, aber mit Stefan auch viel privat gespielt, getrainiert sogar ein bisschen, ähm, würdest du sagen, es hilft, wenn man im Vorfeld nochmal sich heiß macht, oder ist es die Herangehensweise von Maxim vielleicht besser zu sagen, ich mach mich nicht verrückt, ich geh da ganz entspannt rein? Ich bin sehr gespannt heute, also bei Stefan ist ja kein Geheimnis, hat sich viel mit Schach beschäftigt, hat wahrscheinlich mehr Theorie-Wissen jetzt angehäuft über das Spiel als Maxim. Aber wir haben schon gesehen, was Maxim so auf Zugzwang-Level für ein Taktik-Monster ist, wenn es hier ein bisschen weiter geht, die Partie, die Reflexe sind da und das ist ein sehr spannendes Match-Up, also ich hab gar keine Ahnung, ich freu mich. Ja, wir erinnern uns, Maxim war ja immer so ein bisschen am Anfang eher so ein bisschen wild, aber dann später hat er meistens angezogen. Mal gucken, ob das auch heute wieder so sein wird. Maxim hat den Pokal angesprochen, wir haben natürlich auch wieder einen neuen Pokal, um diesen Pokal, hier geht es übrigens, die heiße Kirsche. Oh mein Gott. Ob der Druck auf Tietze nicht hoch genug wäre, er zieht auch noch diesen Pokal an. Ich will diese Kirsche, Leute. Es ist tatsächlich auch Gold angemalt, also hat auch seinen Wert. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die noch nicht eingeschaltet haben bei Zugzwang, die zum ersten Mal gucken, wir werden ja momentan, glaube ich, in 47 Ländern ausgestrahlt und da sind immer wieder auch Zuschauer dabei, die das Ganze noch gar nicht kennen. Es handelt sich hierbei um ein Schachturnier, aber mit besonderen Regeln, denn wir spielen nicht. Schach? Was hast du denn getan? Du bist wegen League of Legends hier. Nee, ich hab Mühle, die ganze Zeit Mühle gepaukt. Ich hab die ganzen Bücher über Mühle hier liegen. Mühle, hast du früher Mühle? War das auch so was unter Schachleuten, dass wenn ihr mal irgendwie Abwechslung wolltet, dass ihr Mühle oder Begemm gespielt habt? Ich muss gerade überlegen, was Mühle ist. Ich glaube nicht. Also, Tic-Tac-Toe, viel gewinnt. Mühle fühl ich mich nicht zu Hause. Okay. Zu zermürbend für mich, glaube ich. Ja, man will ja auch letztendlich die Zeit optimal nutzen. In der Zeit, wenn man Mühle spielt, hätten wir auch noch eine Schachpartie machen können. Stimmt's, Jan? Ähm, das weiß ich mangels Mühlekenntnis nicht, wie lange das dauert. Aber wahrscheinlich schon. Okay. Ähm, hätten wir das auch geklärt. Jetzt aber nochmal zurück zur Erklärung des Turniermodus. Denn wir spielen, ja, Schach. Und zwar nach welchen Regeln? Es ist ein K.O.-Turnier. Heute findet das dritte Viertelfinale statt. Die Spieler spielen zwei Partien gegeneinander. Mit jeweils zehn Minuten Bedenkzeit plus zehn Sekunden pro Zug. Sollte es danach eins zu eins stehen, geht es ins Armageddon. Sollte ein Spieler mehr als einen Punkt holen aus diesen zwei Partien, zieht er ins Halbfinale ein und trifft da auf Tim Heinke. Tim Heinke. Der sich auch im Armageddon erst durchgesetzt hat gegen Trilux. Nach einem schwachen Start dann aber nochmal Fahrt aufgenommen hat. Also, es geht um einiges. Es geht vor allen Dingen um den Einzug ins Halbfinale. Seid ihr bereit, ihr beiden? Yes. Wollen wir loslegen? Voll gern. Maxim Markov mit den weißen Steinen in der ersten Partie. Stefan Tietze mit schwarz. Und los geht's. Ich darf schon setzen? Du darfst loslegen, Maxim. Ja, ne? Ich mach halber mal. So. So aufgeregt. Passiert hier schon was? Hier passiert noch nix. Jetzt. Da kommt der D-Bauer von Maxim. Zum ersten Mal in diesem Turnier sehen wir nicht. Nicht den Bauern nach E4, zwei vor dem König, sondern den Bauern vor der Dame, der zwei Felder vorgeht. Stefan Tietze natürlich mit breitem Theoriewissen. Antwort mit dem populärsten Zug. Springer nach F6. Kontrolliert die Felder in der Mitte. Legt sich noch nicht fest. Das ist noch keine Überraschung für Stefan. Und Maxim spielt Springer nach C3. Was meinst du, wie heißt Springer nach C3, die Eröffnung? Die ungarische. Nee, nee, nee. Es ist die Verishoff-Eröffnung. Mhm. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Bauern nach E6. Tietze kontert nicht gleich in der Mitte der Hauptzukehr. Das ist Bauern nach D5. Aber mit Bauern nach E6 öffnet er mit dem Läufer hier die Schranken. Und vielleicht lädt er Maxim ein, hier die Mitte zu besetzen mit Bauern nach E4. Wonach wir in die französische Verteidigung übergehen könnten. Man glaubt das kaum. Aber Verishoff war doch Ungar. Da bin ich überfragt tatsächlich. Herr Verishoff, wahrscheinlich war Ungar. Wahrscheinlich hast du recht. Sorry. Macht ja nichts. Ähm, Maxim überlegt sich das hier. Geht's ein bisschen langsamer an, ne? Ja, ungewöhnlich. Hier geht's auch ein bisschen langsamer an. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon komplett überfordert, weil hier nicht E4 eröffnet wurde. Und ähm, ich schon gar nicht mehr jetzt weiß, was man hier machen soll. Jetzt aber erst mal versucht, das Pferd hier zu fesseln. Ja. Klassische Pferd-Fesselung. Der Läufer geht raus, bereitet auch die kurze Rochade vor und ist vielleicht bereit, sich gegen diesen Springer abzutauschen hier. Mal gucken, wie Maxim reagiert. Er könnte einfach die Figuren rausbringen. Springer raus, Läufer raus, kurze Rochade. Das Übliche. Er spielt's anders. Interessant. Er spielt Springer nach E2. Das unterstützt den Kollegen hier. Das heißt, wenn dieser jetzt geschlagen würde, könnte er Springer zurückschlagen. Hat aber den Nachteil. Er mauert seinen eigenen Läufer ein bisschen ein. Also verbaut sich damit etwas die kurze Rochade. Und mal sehen, wie er gedenkt, den Läufer rauszubringen. Er könnte ihn vier inkettieren, wie der Franzose sagt. G3, Läufer nach G2. Oder er könnte ganz was anderes machen. Wir wissen es nicht. Bau nach T5. Stefan Tietze besetzt die Mitte. Vielleicht plant er auch die Rochade. Na, jetzt schließe ich das schon fast wieder aus. Am Darmflügel, aber vermutlich nicht. Ja, steht noch viel im Weg. Wie üblich, er spielt auch nach A3. Das war auch die Idee. Er hat diesen Springer unterstützt, sodass, wenn hier reingeschlagen würde, der Springer zurückschlagen könnte. Deshalb rettet Stefan Tietze völlig zurecht. Seinen Läufer schlägt hier nicht auf C3 rein, was weiß helfen würde, sondern wählt den Läufer auf dem Brett. Also bisher alles gute Züge. Du kennst ja beide Protagonisten gut, ne? Also Stefan Tietze wahrscheinlich schon lange, Maxim hier, ich hab, äh, Gamevasion hab die zusammen gemacht, ne? Also, ja. Hast du hier einen Favoriten? Also so menschlich? Nein, natürlich nicht. Das hab ich ja nie. Ähm, aber ich kenn natürlich Stefan schon ein bisschen länger als Maxim. Aber ich mag beides. Also, kein Joke jetzt zwei auch privat absolut toll. Es gibt viele Top-Leute, ähm, mit denen man gerne Zeit verbringt, die, ähm, sehr, sehr sympathisch sind. Bauer nach B4 versucht hier am Damenflügel. Der Damenflügel ist die Seite, auf der die Dame steht. Also, all das hier nennen wir Damenflügel. Die andere Seite ist der Königsflügel. Er versucht am Damenflügel ein bisschen Raum zu gewinnen. Aber er hat nach wie vor das Problem, dass sein König sich nicht so leicht hier retten kann. Oder sich nicht so leicht verstecken kann. Weil die Kurze auch gerade schwerer ist. Ich würde immer noch dazu raten, wahrscheinlich, den Bauern einvorzuziehen, dann den Läufer hier raus, dann den König in Sicherheit zu bringen. Wir werden sehen, wie Max ... Dann hat aber natürlich das Fenster G2 schon ein bisschen geöffnet, ne? Das G2-Fenster wäre offen. Aber da muss er durch. Also, spielt's darauf an, dass, wenn man hier zu viele Bauern auf solche Felder stehlt, es vielleicht auch ein paar Schwächen hinterlassen kann. Aber es nützt ja nichts. Die Alternative wäre, diesen Springer noch mal zu ziehen, zum Beispiel hier hin, um dann mit dem Läufer rauskommen zu können. Wieder, um den König in Sicherheit zu bringen. Stefan Tietze hat das schon gemacht. Hier hat die Kurze auch gerade vollendet und kann sich jetzt dem weiteren Geschehen widmen. Stefan Tietze ist ja mein persönlicher Haarberater auch. Aber ich muss sagen, heute hat er noch mal alles aufgefahren, ne? Also, das sind schöne Bilder einfach. Maxim, zieh den Springer aus dem Weg. Ja, man sieht es ja auch vielleicht bei uns dreien, wenn der Zuschauer aufmerksam ist, wird er vielleicht feststellen, dass hier drei Männer sitzen mit Salzspray in den Haaren. Und ich finde, anhand der Bilder ... Also, grad wenn wir mal vielleicht ganz kurz Stefan Tietze Vollbild sehen können, dann können wir auch sehen, wer den Trend gestartet hat. Also, diese Frisur kommt nicht von alleine. So steht niemand auf. Das ist harte Arbeit. Ist allgemein harter Arbeiter, ne? Am Schach, an seinen Haaren, an hier Netflix-Autor, dies, was, jenes. Also, eigentlich zu jung, um so erfolgreich zu sein, oder? Ist das ... Ja, ist das nicht auch ein bisschen ... Es triggert sich das nicht? Ja, es triggert mich, aber dafür ist halt menschlich ein Arschloch. Also, insofern gleicht sich das ... Nein, das ist ja leider das Ding. Das habe ich ja jetzt eben schon auch gesagt. Manche Leute haben es alles, wie es scheint. Ja. Seine eigene Fernsehshow hier, Tietze-Thesen-Temperamente. Also, läuft. Der ist aber ... Komm, der ist aber auch ... Eigentlich auch, der war nicht so schlecht. Was hältst du von dem Hemd? Ich dachte, das hat so ein bisschen ... So ein bisschen so Beth Harmon-Style, ne? Ja, so leichtes, angedeutetes Schachmuster da drauf. Also, subtil, subtil. Ist ab jetzt bei uns im Laden. Oh, hier, es gibt Action. Bauer nach E5. Tietze versucht, die Mitte zu öffnen, bevor der weiße König verschwindet. Nachdem Maxim hier völlig zurecht den Sprenger weggezogen, jetzt läuft er E2 bereit, war zur Rochade. Aber damit lässt er den Bauern hier, den D-Bauern, den sogenannten, ungeschützt. Denn der wurde ja verteidigt von dem Kollegen. Und Maxim könnte jetzt hier reinhauen, wonach Tietze erst mal in der Beweispflicht wäre, dass er Spiel kriegt für den Bauern. Das könnte natürlich auch sein, denn der weiße König ist ja noch in der Mitte. Aber er verschärft damit auf jeden Fall das Tempo. Und Maxim guckt sich das auch genau an. Also, der Sprenger hätte hier schlagen können. Aber Maxim schlägt den Bauern auf E5. Gefällt mir nicht. Wird jetzt wahrscheinlich einfach auch geschnappt vom Läufer. Ja, und der Läufer ist jetzt mächtig, denn er fesselt diesen Springer auf einmal hier, der jetzt nicht wegziehen kann, weil der Turm dahinter noch angegriffen wäre. Und so hat der Stefan sich das gedacht. E5er schlägt. Jetzt hat der Weiß keine Zeit mehr, sich hier zu bedienen. Hier geschlagen würde, würde der Springer zurückschlagen. Und Weiß hätte Probleme mit den vielen Figuren hier. Das sieht gut aus. Gar nicht so schlecht. Bringt ihm aber auch nicht so ... Weil das Pferd ist quasi immer noch gefesselt. Ja, er musste es erst mal einfach verteidigen gegen den Läufer. Hat's jetzt gedeckt. Das war schon richtig. Aber damit überlässt er wieder Stefan die Initiative. Stefan könnte jetzt hier den Bauern vorziehen, in der Hoffnung, dass wenn der geschlagen würde, dass er dann sich den Springer schnappen kann. Bin gespannt. Er könnte auch einfach Bauern nach C6 spielen, hier seine Mitte ein bisschen festigen. Kernfestigkeit ist ganz wichtig im Schaf. Er hat ja auch immer noch einen Läufer nicht entwickelt. Boah, nicht so schlimm. Erst mal Läufer sind ja ... Ach ja, jetzt ist es plötzlich nicht mehr schlimm. Bei Stefan ist es plötzlich nicht mehr schlimm. Ich sag doch immer, du musst die Rochade anstreben. Deshalb muss der Läufer ziehen. Aber Rochade haben wir geschafft. Und Läufer sind ja langschrittige Figuren. Der kann erst mal hinten bleiben. Also, das ist nicht die höchste Priorität. Sollte natürlich eines Tages rauskommen. Aber erst mal passiert nichts. Na gut, eines Tages. Bauern nach C6, solide gespielt. Der Bauer verteidigt den Kollegen in der Mitte. Maxim, auf der Uhr ein bisschen im Hintertreffen. Aber jetzt macht er die Rochade. Vollendet damit auch die Entwicklung. Und auf dem Brett gleiche Bauernanzahl. Erst ein paar Bauern wurden getauscht. Alles noch vollkommen offen. Ja, bislang noch nicht viel Material getauscht worden. Ja. Das spricht dafür, dass beide noch wenig Fehler machen. Mal so, mal so. Auf jeden Fall noch gleicher Bodycount. Und auch beide hochkonzentriert. Also Maxim, vielleicht auch hier durch das viele... Oh, was macht er denn jetzt? Jetzt zieh den Bauern noch mal vor. Du hast doch gerade ihn ein vorgezogen, Stefan. Jetzt zieh den Bauern vor, nach der Rochade. Ein Tempoverlust. Das hätte er ja auch gleich machen können. Und lässt vielleicht den Bauern auf D5 und 4 ungeschützt. Also das gibt Maxim wieder Chancen. Vielleicht, wenn ich's richtig sehe, könnte er jetzt den Bauern hier wieder schlagen in der Mitte. Ei, ei, ei. Ist das spannend. Ich weiß nicht, ob Maxim müde ist oder ob das einfach so diese ganze Weisheit, die Erfahrung in seinem Blick ist. Er hat schon was sehr Abgeklärtes, wie er sich die Stellung anguckt. Ja, also wie ich ihn kennengelernt hab, ist er einfach auch wirklich ein... Einer, der in sich so ein bisschen ruht. Ich bewundere das ein bisschen. Er ist zufrieden, ne? Ja, so ist irgendwie stimmig. Der hat sich gefunden schon in jungen Jahren. Er ist Frühvater geworden und hat, glaub ich, dadurch so ein paar Level-Ups früher gemacht als andere. Und deshalb ist er so in seinem Alter schon sehr... Wie alt ist Maxim? Anfang, Mitte 30? Wie alt wird er sein? Anfang, glaube ich, 32. 32, 33, ich weiß gar nicht. Was meinst du, wann finden wir innere Ruhe? Tja. Oh, der schlägt den Bauern. Also ich kann dir sagen, bei mir hängt das ziemlich sicher mit meiner Elo zusammen. Ja, bei mir auch. 1500. Vielleicht hättest du, vielleicht würde dir eine 1500 der Elo auch innere Ruhe bringen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich klammer mich ja an meine 2600, was auch immer. Aber es ändert eigentlich gar nicht so viel so von Tag zu Tag, ne? Also auch Elo-Zahl macht nicht immer glücklich, verrückterweise. Also, ja. Hat zum Glück Stefan keiner gesagt. Das ist so ein bisschen wie, wenn Reiche sagen, Geld macht nicht glücklich. Ich würd's gern mal drauf ankommen lassen, ehrlich gesagt. Den Test einfach mal ausprobieren. Den Elo-Test oder den Geld-Test? Beides. Also, wenn ich jetzt deine Elo hätte, dann würd ich auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Oh, Maxime hat wieder das 7-Liter-Fass. Ich hab ja recherchiert bei den jungen, hippen Menschen. Scheint es normal zu sein, jetzt so ein 3-Liter-Wasserglas immer neben sich. Mir ist das auch schon bei den Streamern aufgefallen. Die haben da immer irgendwelche Riesencontainer und Flaschen und so. Das ist halt, die wollen nicht mehrmals aufstehen. Ja, aber du musst doch häufig auf Toilette, wenn du immer ... Nee, die haben ja unten wahrscheinlich irgendwelche Schläuche oder was weiß ich. So Tour de France-mäßig. Ja, also ich glaube, wenn die sich einmal hinsetzen, dann bleiben die erst mal sitzen. So. Stefan schlägt. Jetzt muss Maxim mit der Dame zurückschlagen. Wenn er mit dem Springer schlüge, wäre der Läufer auf B2 ungedeckt. Aber das sollte er, glaub ich, erkennen. Und wenn er mit der Dame schlägt, hat er erst mal einen Bauernmeer? Macht er auch. Macht er. Maxim spielt gut. Hab ich gegen ihn im Finale gespielt? Ähm, da bin ich. Nee, ich hab in der ersten Runde gespielt. Gegen Matteo. Gegen wen hat Maxim war gegen Reef? Das war auch ein dramatisches Match. Also erst mal Bauernmeer. Es funktioniert nichts Direktes für Schwarz. Man könnte an komplizierten Sachen überlegen, wie hier zu schlagen, der Bauer würde zurückschlagen. Dann Dame nach C7, so ein Doppelangriff auf den Springer und den Bauern. Aber weiß könnte das parieren. Darf ich dir einen Zug vorschlagen? Ja, okay. Was hältst du aus ... Mach mal die Pfeile weg, weil überhaupt nicht wer dran ist. Ähm, na gut. Okay, also jetzt ist Stefan dran. Mhm. Okay, aber wenn es geht, könnte doch Maxim als nächstes die Dame eins vormachen. Nee. Okay, vergiss mal kurz, was ich gesagt hab, Stefan. Ja, ja, ich hab ... Äh, Stefan, ja, Mann, ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich hab heute ungefähr vier Stunden geschlafen. Okay. Ich sag jetzt einfach ... Willst du noch mal von vorne anfangen? Nee, ich halte einfach die Schnauze. Weißt du, das macht doch irgendwie keinen Sinn mit dir. Also ich kann hier immer nur irgendwelche Quatsch erzählen, weil alles, was ich an Feedback zum Thema Schach gebe, ist ja nicht so, dass ich dir irgendwas sagen kann, wo du sagen könntest, ah, interessanter Gedanke, das hab ich doch gar nicht überdacht. Doch, das sag ich doch manchmal. Ja, aber aus Höflichkeit, aber ... Dame nach F6 greift den Springer an. Aber der Springer könnte zum Gegenangriff ansetzen. Springer nach E4 und damit die Dame attackieren. Das wär der beste Zug, das muss Maxim sehen werden. Sonst ist es unangenehm, diese Fesselung auf der Diagonalen, wie wir sagen. Die Dame und der Läufer greifen ja bei den Springer an, den zu verteidigen ist nicht so leicht. Vielleicht ginge auch, die Dame können sich zurückziehen. Aber Springer nach E4 wär schon klar der beste Zug hier. Sieht ihr das? Wollen wir über was anderes reden? Nee. Ich werf dir jetzt einfach die Bälle zu und du machst die Dunks. Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt ... Ich kann heute keine Vorlagen danken annehmen. Das war nicht schlecht. Nee. Ich bin jetzt ein Klinger-Line allerdings. So. Maxim muss ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? Drei Minuten fünfundfünfzig seh ich da nur noch. Ah, aber guter Zug. Sprechner E4 aber wieder bester Zug. Maxim macht Druck, denn jetzt muss die Dame weichen. Ist angegriffen und dann könnte weiß diese Läufer tauschen. Hier sehe ich auch noch einen Bauern, der potenziell geschlagen werden könnte. Also Stefan Tietze steht deutlich, deutlich schlechter jetzt. Braucht entweder Tricks, die Hilfe der Uhr oder einen groben Fehler von Maxim. Maxim, im Moment dominiert Maxi Markov hier das Geschehen. Wir haben's ja schon gesagt, hat man aber auch am Anfang wieder gesehen, so diese Schachtheorie, wie die Figuren rauskommen sollen. Da ist Maxim nicht so bewandert, aber er kompensiert das einfach mit unglaublichen Taktik-Skills. Er hat eine gute Boardvision. Er hat einfach wirklich eine gute Boardvision. Also er macht wenig Fehler. Das haben wir schon im zweiten Turnier gesehen. Er lässt sich nix wegnehmen. Und hier Sprechner E4, das war schon sehr, sehr stark gelöst. Eben dieser Gegenangriff auf die Dame. Das stellt Stefan vor große Probleme. Stefan würde gerne vielleicht matt drohen mit der Dame. Aber dann würde sein Läufer einfach weggeschlagen werden. Und er würde eine Figur verlieren. Also er muss jetzt ganz kleine Brötchen backen mit der Dame. Einen Schritt zurück. Dann hier, wenn er auf E5 getauscht wird, zurückschlagen. Und dann mit zwei Bauen weniger auf das Beste hoffen. Aber es sieht gut aus für Maxim. Zeit wird bei beiden noch knapp. Du, ich bin da bei dir. Ich sehe das ganz genauso. Der Balken auch. Der Balken auch. Also 3 zu 0, sagt das Expertenpanel. Marco auf den Vorteil. Ich bin mir sicher, auf Twitter sieht es einer anders. Was ich nicht. Dame nach H4. Stefan geht auf das Schachmatt. Aber dieser Läufer ist dadurch unbeaufsichtigt. Maxim könnte jetzt hier rausschlagen. Der Springer müsste zurückschlagen. Und dann könnte die Dame wegnehmen. Das Matt wäre repariert. Und Weiß hätte eine Figur mehr. Das vorausgesetzt, dass Maxim das auch alles so sieht. Ja, er muss reagieren. Also den Läufer schlagen wäre die beste Lösung. Denn es droht Schachmatt in einem Zug. Jetzt werden wir sehen, ob sich das bewahrheitet, was wir eben noch gerade angesprochen haben. Nämlich, dass Maxim eigentlich nicht solche Leichtigkeitsfehler macht. Leichtsinsfehler, wollte ich sagen. Ja, Leichtigkeitsfehler. Kann ich auch sagen. Ja, also er hat zwei Möglichkeiten, wobei Laufschäde von klar die beste ist. Er könnte auch Bauer nach G3 spielen, damit die Dame angreifen, den Weg des Läufers hier Richtung Bauer verstellen. Das würde auch die Drohung parieren. Aber den Läufer einfach wegnehmen. Oh nein! Da kaum sagen wir es. Jetzt haben wir ihn doch noch gejinxt. Spielt der Bauer nach F4. Selbe Idee, er pariert das Matt. Aber er verliert aus dem Blick, dass jetzt dieser Läufer auf B2 schlagen kann. Und damit wendet sich das Blatt. Ja. Steve Balken bricht auch in sich zusammen. Hast du ihn gerade Steve genannt? Er braucht einen Vornamen. Wir können ihn nicht immer nur Balken nennen. Läufer schlägt B2 und damit Tietze in der Vorhand. Schnappt sich den Läufer. Heie, wir haben ihn echt gejinxt, ne? Mit dem Ganzen. Ähm. Ach, keine Fehler. Meinst du, Rustam schaut gerade zu? Mit Sicherheit. Liebe Grüße, Rustam Kasimtano. Grüße, Rustam. Grüße, Rustamann. Das war ein Patzer. Das war ein Übersehen von Maxime. Er kennt's auch selber. Ja, noch nichts verloren. Er hat immer noch eine sehr zentrale Stellung und einen Bauern für den Läufer. Aber die Stellung wandelt sich von weißer, deutlicher Überlegenheit zu schwarzer Überlegenheit. Ja, man muss sagen, wenn Maxime lange nachdenkt, viele wissen das nicht. In der Zeit kann natürlich auch Stefan Tietze nachdenken. Und, ähm, insofern profitiert dann auch manchmal der Gegenüber von diesen Denkphasen. Ja, ist immer ein schwieriges Thema im Schach, ne? Natürlich will man nachdenken, sich das überlegen. Aber wenn man schnell spielt, macht man auch manchmal Druck auf den Gegner, ne? Dass ein Uhr dann ja tickt und der dann alles auf seine Zeit, sagt er. Also, wenn seine Uhr läuft, berechnen muss. Also ist, ja, auch nach Jahrzehnten haben viele Leute das nicht raus und es wäre auch völlig unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Weltklasse-Spieler wie Alexander Grischuk, die immer ihre gesamte Zeit ablaufen lassen und dann mit zehn Sekunden brillant spielen. Was nicht schlau ist taktisch, aber für ihn funktioniert. Und es gibt Leute, die sehr, sehr schnell spielen, um einfach Druck zu machen. So, Maxim zieht den Turm weg. Der Turm war vom Läufer angegriffen, das ist richtig. Und er hat hier immer noch Chancen. Der Springer kann rumnerven, die Dame attackieren. Also, es ist noch nicht vorbei. Würdest du sagen, dass deine Schachfähigkeiten dir im echten Leben schon mal irgendwo beigeholfen haben? Wenn du im Supermarkt drei Kassen siehst an den Leuten, an denen jeweils Schlangen stehen, dass du irgendwie antizipierst, wie viele haben die auf dem Laufband? Wann bist du dran? An welcher irgendwelche so vorausschauenden Skills? Ich glaube nicht. Also, Supermarkt selten. Ansonsten, wobei könnte Schachte mal geholfen haben? Vorausschauendes Fahren. Du fährst ja kein Auto. Ja, weiß ich nicht. Das ist wirklich ziemlich nutzlos. Na gut, ich meinst, zum daten ist es wahrscheinlich ziemlich krass. Du willst, dass ich mich schlecht fühle. Das wird nicht funktionieren heute. Ich ruhe in mir wie Maxim. Nur mit mehr Figuren. So, er hat hier getauscht. Läufer schlägt zurück. Stefan Tietze immer noch mit einem Läufer mehr. Aber Maxim schnappt sich den nächsten Bauer. Die Dame da auf H3, die macht mich schon ein bisschen nervös. Ja, aber macht ja auch nicht so viel. So, ganz alleine kann sie da nichts angreifen. Ja, ich weiß nicht. Stefan sollte jetzt irgendwie, wie du ja schon vor langer Zeit erwähnt hast, diesen Läufer ins Geschehen bringen. Im Moment, da das Problem, wenn er ihn rauszieht, dass dann noch der Bauer auf B7 angegriffen wäre, das ist jetzt nicht so entscheidend. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen. Sonst könnte er versuchen, irgendwie erst mal den Bauern zu überdecken, so den Turm zur Seite und dann den Läufer rausziehen zu können. Mal gucken, wie er das löst hier. Muss man jeden Bauern immer verteidigen oder kann man irgendwann im Spiel auch sagen, naja, jetzt ein Bauer mehr oder weniger ist auch wurscht? Ja, ist häufig eine knappe Entscheidung. Man muss sich häufig überlegen, ob es wichtiger ist, jetzt die Figuren rauszubringen oder alle Bauern zu halten. Also, Faustregel sagt man so, ein Bauer ist drei Tempi, nennen wir das. Das ist drei Züge wert, drei Figuren entwickelt. Aber es ist halt sehr situationsbedingt. Also hier, ja, Stefan spielt Turm B8, was ich auch erwähnt hatte. Gut gedacht, er möchte den Bauern verteidigen und dann den Läufer rausfahren. Wir gucken mal. Maxim, nicht so leicht, ihm was zu raten. Er könnte diesen Turm angreifen, aber das würde pariert werden, indem der Läufer rausgeht, der Turm auf F8, den anderen Turmen verteidigt. Schwierig. Er spielt Bauern nach E4, er versucht hier, die Bauernmajorität in der Mitte zu mobilisieren, den Bauern nach E5 zu stellen, vielleicht den Läufer einzuschränken. Gibt Stefan aber Zeit, jetzt den Läufer rauszuziehen, Läufer nach E6 oder Läufer nach G4? Das wäre mein Zug gewesen. Ich würde ihn auf G4 stellen, eventuell tauschen wir ab, aber macht er nicht. Gut. Muss er selber wissen. Jetzt vielleicht den Turm mal in die Mitte schieben, ein bisschen Druck auf die Dame machen. Machst du dir ein bisschen Sorgen um Stefan? Du hast ja auch zuletzt viel Schach gespielt und Stefan, ich glaube, noch mehr Schach tatsächlich, dass er vielleicht in diesem Moloch des Schachs versinkt und seine ganzen anderen vielleicht für ihn ja noch wichtigeren Aktivitäten vernachlässigt wegen der 64 Felder. Ja, das kann natürlich passieren, aber ich meine, es droht demnächst ein neuer Lockdown. Also, das ist das Beste, was einem ambitionierten Schachspieler passieren kann. Dann mit die anderen auch mal sehen, wie es ist. Ja, werden sehen. Dame nach C7, die Dame war angegriffen, geht zur Seite, hat auch kein anderes Feld richtig gespielt. Ist das irgendwie ein Joke, Moloch? Verstehe ich den Joke nicht? Ja, ist so ein Podcast-Ufo-Joke. Das ist ja, ich kenne die wenigsten, der Podcast von Stefan Tietz. Ja, kennen die wenigsten. Ich kenne die wenigsten. Ich kenne die wenigsten. Wollen wir noch ein bisschen Werbung fürs Podcast-Ufo machen hier? Das ist mein zweitliebster Podcast nach Porn. Und Erdbeerkäse. Hört euch mal die Podcast-Ufo-Folge an, Meditinger, die ist ganz gut. Oh, dieser habe ich natürlich auch gehört. Ja, die war leider nicht so gut. Aber war ich auch sehr aufgeregt, weil ich ja tatsächlich damals auch sehr aktiv Pufo gehört habe. Aber man hat ja keine Zeit mehr. Ist ja eigentlich so. So, hier, die Läufer werden getauscht. Läufer Schicht G4, Dame Schicht G4. Greift jetzt den Turm an auf D1. Stefan Tietz hat immer noch diesen Mehrläufer. Also, er bleibt in der Vorhand. Tor nach D5 rettet den Turm. Guckst du dir Tutorials von anderen Großmeistern an? Nee. Also, nee, stimmt nicht ganz. Wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, jetzt in einer bestimmten Eröffnung, dann zu Recherchezwecken ist das häufig ein guter Einstieg sozusagen. Also, wenn jemand eine Videoserie oder ein Buch darüber geschrieben hat, dann guckt man sich das an. Aber auf meinem natürlich sehr, sehr hohen Level möchte man es meistens selber überprüfen mit dem Computer. Und auch so passt das zu meinem Stil. Also, es ist häufig ein guter Einstieg. Aber ich guck's, ja. Eher so je nachdem, was für ein Thema grad auf dem Tisch ist. Und dann checkt man kurz, was gibt's dazu in Veröffentlichungen und gleicht das so ab, was man ... Ich hab gehört, du klausst die Moves von Big Greek. Ähm, ja, nee, das kann ich so nicht zustimmen. Heutzutage ist ja auch häufig so, dass Sachen, die veröffentlicht werden, meistens abgestimmt sind mit Schachcomputern. Und da kommt's dann eher drauf an. Wer welchen Rechner jetzt wie tief laufen lassen hat, ist nicht so, dass man jetzt so auf die brillanten Ideen anderer Großmeister oder internationaler Meister angewiesen wäre. Weil wir halt alle diese auf Knopfdruck den besten Spieler aller Zeiten haben. Ich versuch einfach so ein bisschen wie beim Rap, weißt du, dass man da so ein bisschen Beef reinbringt. Dass irgendwie die ganzen Leute, die online Schach spielen ... Oh, hier, Tietze bringt grad Beef rein. Bauen wir nach G5. Ähm, ich muss grad verstehen, was los ist. Der Läufer kann nicht geschlagen werden, wegen der Fesselung. Ähm. Spannendisch an. Der Balken ist jetzt ausgeglichen. Er könnte jetzt hier den Damentausch anbieten, versuchen, diese Dame zu vertreiben. Was die ... Ist ein bisschen kompliziert. Als hätte die gemeine Nebenwirkung, dass wenn die Dame hier ... Die Dame geht hier hin, wird geschlagen. Ah, Maxim versucht anders, die Dame abzulecken. Spielt Bauna E6. Wenn die Dame jetzt reinschlagen würde, hätte Läufer wieder angegriffen. Also super kompliziert. Aber hättest du Maxim so stark eingeschätzt? Ja, also ... Es kann sein bei Maxim, dass Unglücke in der Öffnung passieren, weil er da in der Phase relativ anfällig ist. Aber wenn er die übersteht, haben wir eigentlich bisher immer gesehen, dass er dann voll mitspielen kann. Also er hat den einen groben Fehler jetzt drin, dass er den Läufer hier ungedeckt gelassen hat. Aber sonst hat er ja ... Was das Geschehen bestimmt hier ist. Na, F schlägt E6. Stefan schlägt mit den Bauern. Muss Maxim sich wieder überlegen, was er tut. Er könnte hier versuchen, mit dem Turm auf die siebte Reihe zu gehen. Hier tatsächlich Schachmatt zu drohen in ein paar Zügen. Könnte Schwarz auch noch parieren. Also, uff. Ist wahnsinnig kompliziert. Turm nach D8. Den hätt ich auch überlegt, die Türme zu tauschen. Schach heben. Ich muss auch überlegen. Er bietet den Turmtausch an, wenn man schlagen würde. Die Dame würde zurückschlagen. Ist der König relativ allein. Ich weiß nicht genau, ob Weiß da ein sogenanntes Dauerschach hätte. Also, ob er ewig Schachs geben kann. Oder ob der König da rauslaufen kann. Stefan schlägt. Der Balken springt in die Mitte. Das ist ein Indiz dafür, dass dieses Dauerschach existiert. Also, dass Weiß jetzt ewig den schwarzen König verfolgen kann. Mit Damenschachs. Die Dame gibt Schach. König geht irgendwo hin. Dame gibt wieder Schach. König geht zurück zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Das macht Maxima aber nicht. Er spielt König nach G2. Möchte den hier überdecken, den Bauern, dass hier nicht reingeschlagen wird. Damit gibt er Stefan aber die Chance, hier reinzuschlagen. Uff, ist so kompliziert. G schlägt F4. Dame schlägt H4. Und ich glaube, dass Stefan jetzt die Damen tauschen könnte. Und dann das sogenannte Bauernendspiel gewinnen. Ist schwierig. Die Bauern schlägt nicht. Er will nicht. Er gibt Schach stattdessen. Ich glaube, dass jetzt Weiß wieder im Geschehen ist, weil seine Dame jetzt wieder Schachs geben kann. Das sollte wieder auf ein Dauerschach hinauslaufen. Aber wir werden sehen. Stefan hat diesen Freibauern. Also wenn jemand besser steht, dann ist es schwarz. Denn dieser Bauer könnte schnell vor. Dame G4 Schach war nicht das beste Schach. Weil die Zeit jetzt auch ganz schön eng wird bei Maxim. Viel Zeit zum Nachdenken hat er nicht. Und dieser Bauer auf F3, der macht Druck. Da sehen wir es. Jetzt hat er wieder das Dauerschach. Hier, Bauern nach F2. Der Bauer einen schwarzen Einzug hätte, würde sich eine neue Dame holen. Aber Weiß kann jetzt unbegrenzt Schachs geben auf diesen beiden Federn. Macht er nicht. Oh nein, und das ist das Abzugschach. Das ist die Entscheidung. Das wäre Schachmatt, wenn Stefan das sieht. F1-Dame wäre Schachmatt. Er sieht es nicht. Er erlaubt wieder. Uff. Er gibt dem Bauer unerlaubt, das war Schachmatt in einem Zug. Er hätte nur die Dame machen müssen. Ja, er hat nicht gesehen, dass dann seine Dame auch Schach gibt. Das Weiß keine Zeit hätte, hier zu schlagen. Also dieses Abzugschach, ein bisschen tückisch. Aber das wäre tatsächlich Schachmatt gewesen. Also ich sag mal so. Mein Herz ist bei 7000 Grad Celsius. Ich krieg AIDS. Ich krieg hier gerade einfach Plack. Schöne Worte von Maxim. Ja. Das klingt auch nach so einem deutschen Songtext, oder? Mein Herz ist bei 7000 Grad Celsius. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich krieg AIDS. Pass direkt nach Mallorca damit. Bauer nach H3. Also hier geht's auf und ab. Bauer nach B6. Jetzt steht Maxim wieder besser, weil Stefan diesen Riesenbauern hergeschenkt hat. Maxim hätte hier jetzt schlagen können auf B6. Er hätte auch mit der Dame Schach geben können. Uff, es geht hin und her, Balken. Ich glaub, wir hatten noch nie so ein enges Spiel. Oh, Bauer nach H3, jetzt wieder ein Fehler. Ah, er lässt den Bauern stehen. Und das ist ein wichtiger Bauer. Hat auch dem König Schutz geboten. Jetzt sind auch wieder die Bauernendspieler, heißt das. Wenn die Damen getauscht werden, sind jetzt wieder gewonnen für schwarz. Also Stefan könnte jetzt die Damen tauschen. Ja, und dann kann er einfach den E5-Bauern im Prinzip durchschicken, oder? Er will nicht die Damen tauschen, er ist sich da nicht sicher. Aber normalerweise, wenn eine Seite einen Bauern mehr hat, wie hier, dann ist es eine ganz gute Idee, die Damen zu tauschen. Aber er macht's jetzt solide. Er nimmt jetzt noch die restlichen Bauern. Ah, er lässt immer dieses Dauerschach zu. Jetzt wieder. Dame nach F7-Schach, König nach H8, Dame nach F8. Und immer hin und her und unentschieden. Aber Maxim geht wieder an dieser Chance vorbei. Ei, ei, ei. Jetzt kann Stefan wieder gewinnen. Ah, Dame am Rand, auch keine gute Idee. Er hätte wieder die Damen tauschen sollen mit Dame nach D3. Also hier, Damen-Entspiele passieren auch so gut wie nie im Schach. Da sieht man auch, da haben die Spieler noch nicht die große Erfahrung, wie man damit umgeht. Und es geht hier hin und her. Ja, so oft kommt man nicht in so eine Situation. Auch wenn man 320 Partien macht. Du hast 320 Eröffnungen gemacht, aber vielleicht nur 50 Mal so ein Endspiel gehabt. Oder 30 Mal. Ja, Damen-Entspiel wahrscheinlich. Ein-, zweimal, wenn überhaupt. Das passiert wirklich selten. Die Damen sind ja ... Die stärksten Figuren tauschen sich häufig gegeneinander ab, dass nur die am Ende übrig bleiben. Ist echt ziemlich offen. Würdest du sagen, so Schachrätsel helfen da, um so was zu trainieren? Ähm, keine Ahnung. Maxim droht jetzt matt. Also, ich glaube ... Oh, Bauer nach C3 ist Schach. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder Glück war für Stefan. Es drohte Bauer nach H5 Schach matt. Aber Bauer nach C3 greift den König an, der jetzt zurück muss. Ja, er geht zurück. Ich glaube, so Schachrätsel sind ein gutes Trainingstool. Ich weiß nicht, ob jetzt spezifisch für so Endspiele. Aber allgemein, um die Instinkte zu schärfen, ist das eine gute Sache. Der Balken weiß aber auch grad nicht, was er ... Der Balken kann sich nicht entscheiden. Er versucht das hier zu berechnen. Aber er ist so kompliziert. Da haben wir nach E1, jetzt hat er Schärfen wieder eine fette Chance. Er könnte hier den Bauern schlagen mit Schach. Greift den König an. Und dann könnte er den eigenen Bauern wandeln. Warum macht er das denn so? Warum schlägt er denn nicht den Bauern? Das falsche Schach, er hätte hier damit gleichzeitig noch das Feld kontrollieren können. Jetzt muss er wieder arbeiten. Dame nach B1. Er hat den Plan im Bauern, um zu wandeln, aber lässt die Dame wieder von der Leine. Die jetzt wieder endlos Schachs geben kann. Dame nach E6. Aber was bringt ihm dieses endlos Schach? Hä? Oh mein Gott, der Dingfehler! Ja, weißt du, er ist schlechter. Und durch dieses endlose Schachs geben kann er sich in Unentschieden retten. Also, wenn er jetzt den König ewig verfolgt, der muss immer hin und her ziehen, dann endet die Partie Unentschieden. Und nein, da ist der Fehler. Die Dame kann geschlagen werden. Auch harte Situation, wenn Stefan die Dame schlägt. Wenn er nicht schlägt, dann ist es Schachmatt in einem Zug. Dame nach G3. Was macht der Stefan denn? Nein, was macht der? Maxim, was ist denn hier los? Uff. Er hätte die Dame schlagen können, wäre es vorbei. Weiß hätte Dame nach G3 spielen können, das wäre Schachmatt gewesen. Wer hätte Weiß gewonnen? Stattdessen gehen beide an der Chance vorbei. Uff. Jetzt ist wahrscheinlich wieder das schon viel beschriene Dauerschach, wenn beide richtig spielen. Holy shit. Eieiei. Das wird eine lange Nachbearbeitung. Die Nerven. Sie haben auch beide jetzt relativ viel Zeit. Sie könnten eigentlich mal wieder ein bisschen nachdenken. Ich glaube, sie sind beide schon in diesem Superschnellspielmodus. Aber sie haben wieder beide drei Minuten. Kann man ein bisschen überlegen. Uff. Maxim könnte jetzt auch gemein, wer ist Matt drohen mit dem König nach G3. Hier wieder versuchen, Schachmatt zu setzen. Könnte Stefan parieren, wäre ein Gamble. Oder er könnte wieder so viel Schachs wie möglich zu geben. Das macht er gleich. Er gibt Schach. Das ist hier eventuell noch ein Putt. Ja, das ist scheiße. Das ist immer noch unentschieden. Weiß hat immer noch das berühmte Dauerschach. Kann hier Schach geben. König muss vor. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so oft gesehen, dass der König auf der anderen Seite gelandet ist. Ja, das kommt manchmal vor, wenn das gerade leer ist. Aber, ja, Maxim könnte jetzt immer hin und hergehen und das unentschieden forcieren. Ne, er tauscht die Dauern. Was ist das denn? Da wird das zurückgeschlagen. Funktioniert doch nicht, Maxim. Ja, das war es jetzt. Das war es. Uiuiui. Mit drei Minuten auf der Uhr. Das war, ja, ein bisschen länger nachdenken. Da wäre die Chance, weil das ist ja hoffnungslos. Eieiei. Da sieht man, Stefan entspannt sich langsam. Und die Gesichtszüge. Ja. Normalisieren sich. Er sperrt den König ab. Das wäre da wissen, wie er hier matt setzt. Na, jetzt den König ran. Ja, da kommt er nicht vorbei. Jetzt muss er nur aufpassen. Ah, er hätte matt in einem Zug schon setzen können. Macht das jetzt. Nicht, dass er hier noch hat. Geschichten. Daumen nach G7 wäre Schachmatt. Ah, die Nerven. Die Nerven liegen blank bei Tietze. Ja. Ja, in die Ecke gehen ist natürlich Quatsch. Ich kann nie wieder. Ich kann nie wieder. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Alter Schwede. Schwede. Oh mein Gott. Was hast du gesagt, Maxim? Ein Patzer? Nein, ich meine, es waren wahrscheinlich mehr Patzer dabei. Aber ein Patzer tat mir am meisten leid mit dem Läufer da. Ich glaube, dann habe ich irgendwann recovered. Hätte ich ihn in die Ecke drängen können und den Start machen können? Du hast mich ein paar Mal matzeln können, glaube ich, oder? Also ganz kurz, Leute, 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 entspannt euch. Jan wird euch gleich zeigen. Ihr hattet beide mehrfach die Möglichkeit, hier die Partie zu euren Gunsten zu entscheiden. Ja. Es war unglaublich spannend. Ich glaube wirklich mit Abstand das spannendste Match, was wir bislang in drei Staffeln Zugzwang hatten. Aber fangen wir von vorne an, oder? Ähm, ich muss einmal den dramatischsten Moment erstmal, bevor wir es aufrollen, hier angehen. In dieser Stellung, ich weiß nicht, ob ihr das Brett sehen könnt, nach König, nach H4. Hier, Maxim gibt das Schach mit der Dame, Dame nach G5 Schach. Oh Gott. Stefan hätte diese Dame schlagen können. Tut das nicht. Geht mit dem König zur Seite. Und jetzt hätte Maxim einzugig Schachmatt setzen können. Dame nach G3 und Weiß gewinnt. Also das war ein völliger Turnaround. Oh mein Gott, aber das ist halt, das ist der Zeitfaktor, der hier wirklich reinwirrt und so. Zu dem Zeitpunkt hattet ihr ungefähr zweieinhalb Minuten auf der Uhr. Ich glaube, ihr habt beide schnell in diesem Modus. Doch, ihr habt so schnell gezogen. Ja, nee, nee, aber zwei Minuten tat einem weh. So, ist wirklich so. Dann hätte sich wirklich mehr Zeit lassen müssen. Ach, das ist ja übel. Okay, wenn wir es nochmal sehen, ist ja peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ja, ansonsten es war, es war eine starke Partie. Also, Maxim hat die Anfangsphase dominiert, stand hier deutlich besser. Nach Dame nach H4. Das war der erste Schlüsselmoment. Hier hat Maxim auch sofort gemerkt, Bauna F4 war ein Fehler. Lässt sich den Läufer schlagen. Du hättest einfach andersrum machen können und selber den Läufer hier schlagen. Läufer schlägt E5. Das pariert auch seinen Angriff. Und du hast eine Figur mehr. Also, er könnte zurückschlagen. Du schlägst mit der Dame. Und Weiß würde deutlich besser stehen. Danach, ja, stand Stefan lange Zeit besser. Aber Maxim hat sich sehr gut gewährt, muss man sagen. Also, das hier alles in der Schwebe gelassen. Dann am Ende, das ist aber auch gemein einfach, weil dieses Damen-Endspiel, solche Situationen entstehen halt praktisch nie und alles sowas, die normalen Reflexe greifen eigentlich gar nicht. Es gab mehrfach für Stefan die Möglichkeit, die Damen zu tauschen, also in das sogenannte Bauern-Endspiel überzugehen. Ja, das hat er mir nicht getraut. Da dachte ich, wie schlecht da, aber das war auch nur ein dummes Gefühl vielleicht. Nee, nee, das hier wäre besser für Schwarz gewesen wahrscheinlich. Gewonnen bei bestem Spiel, aber das ist superschwer einzuschätzen. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Nee. Und dann gab's häufiger so Situationen, wo Maxim, ich weiß nicht, ob er das bewusst vermieden hat oder nicht gesehen, also das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, es gab häufig so Situationen für das sogenannte Dauerschach, nennt sich das. Die Dame hätte einfach den König endlos verfolgen können. Man geht immer hin und her, der König hat nur ein Feld. Hat er dann verloren? Nee, dann endet's unentschieden. Also im Schach gibt es, wenn beide Seiten dreimal hin und her ziehen, dann geht's unentschieden aus. Also wenn du schlechter stehst, ist das häufig eine ganz gute Verteidigungstaktik, einfach den König. Da beides jetzt winzelt, ne? Ja. Stimmt. Und die Situation gab's ganz am Ende. Dass man bei den Bauern die Dame schlagen kann und das nicht sieht, ist natürlich peinlich. Dass ich danach nicht sehe, dass ich mich daneben stellen muss, ist auch. Ja, das ist, also ich weiß nicht, man macht sich da vielleicht hier in so einer Leitsituation ein bisschen zu viel Druck. Ich, das ist natürlich doof. Aber gut. Passiert. Auf jeden Fall unglaublich spannend. Eine letzte Situation noch zum Nerven hier. Die Damen tauschen war hoffnungslos für Maxim, weil dann verbleibt Stefan einfach mit einer Dame mehr. Hier gab's immer noch die Chance auf dieses Dauerschach. Also du kannst einfach den König endlos verfolgen. Du gibst das Schach, der König hat nur ein Feld, muss hier hin, gibst wieder das Schach, der König muss wieder vor, dann gibst wieder das Schach und so weiter und so fort. Da kommt der König nicht raus. Aber das werd ich mir merken, das wusste ich gar nicht, dass Dauerschach quasi ein Vorteil für mich dann am Ende ist. Genau, also wenn du schlechter stehst, damit rettest du noch den halben Punkt sozusagen. Und ja, das war die letzte Möglichkeit. Aber uff, war super spannend auf jeden Fall. War sehr, sehr spannend. Habt ihr noch Fragen an mich? Wollt ihr von mir noch was wissen? Ja, ich würde von dir gerne wissen, weiß das Programm automatisch, wenn's Dauerschach ist? Also ist das im Spiel die Regel, dass der weiß, okay, jetzt wurde dreimal dergleichen zugemacht. Achso, sorry. Ja. Nein, ich danke dir, Etienne. Also, super nett. Wir machen jetzt eine kurze Werbung. Übrigens, Vlesk ist im Chat, schaut also zu. Das nenn ich vorbildlich, bereitet sich vor, scoutet hier schon mal potenzielle Gegner. Find ich sehr gut, schöne Grüße. Sein Match sehen wir morgen, glaub ich. Wir machen eine Werbung, ihr könnt euch ein bisschen abkühlen, und dann geht's hier gleich weiter in die zweite Runde und dann wird Stefan Titze hier das Match eröffnen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Zugzwang, dem einzigen Schachturnier der Welt aus Deutschland. Und in der ersten Runde hat sich sehr, sehr knapp in einem unfassbar spannenden Match Stefan Titze durchgesetzt und erfüllt ein bisschen die Prophezeiung von Großmeister Rustam. Vielleicht haben wir noch mal den Einspiel. Haben wir das noch mal vorliegen, wo Rustam Stefan Titze geadelt hat? Können wir das noch mal sehen? Ja, der braucht ein bisschen mehr. Stefan Titze gesehen heute. Stefan ist wahrscheinlich der begabteste Spieler der Geschichte, ja? Zwei Monate spielt er Schacht. Das ist nicht möglich, ja, also ich, er hat ja heute, ja, ich habe auch das mit Sone besprochen, die beiden Strecken auf dem Niveau von so 2,6 gespielt, ja, 2,5 mindestens, ja. Ja, könnt ihr das bitte immer einspielen, wenn ich gerade irgendwie übersehe, dass ich eine Dame mit einem Bauern schlagen kann. Ja, das wäre echt ganz cool. Oh mein Gott. Zeig das nicht, Rustam. Rustam darf das Video nie entdecken. Kleiner Funfact übrigens, Rustam ist ein Jahr jünger als ich. Wirklich jetzt? Was? Ja. So. Wow. Hast du dich jünger gehalten? Let that sink in. So, und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Match. Es wird wieder gespielt, 10 Minuten und 5 Sekunden? 10 Sekunden. 10 Sekunden. Und wenn ihr bereit seid, können wir eigentlich direkt loslegen. Ja, also ich brauche einen Tag noch so zum Runterverfahren. Aber wir können auch direkt loslegen. Das hat jetzt fast eine Stunde gedauert, ne? Ja. Das ist schon verrückt. Aber ich bin auch ready. Okay, dann geht's jetzt los. Viel Glück euch beiden. Und wir starten mit der zweiten Partie in diesem Viertelfinale. Stefan Tietze in Weiß. Tietze in Führung 1 zu 0. Ihm genügt ein Unentschieden zum Weiterkommen. Maxim muss jetzt gewinnen, um das Match zu verlängern. Und wir sehen wieder. Bau nach D4. Bau nach D5. Und das Damen-Gambit von Stefan Tietze wird ja häufig auch als deutsche Beth Harmon bezeichnet. Also die passende Öffnung für ihn. Hier an der Stelle auch noch mal kurz Grüße raus an Reift, die auch, glaube ich, gerade im Chat ist und zuguckt. Also das Teilnahmefeld, Teilnehmerfeld, sehr engagiert, sehr ehrgeizig. Die schauen, was die konkurrenten. Liebe Grüße, alle am scouten hier. Was Stefan und Maxim so abliefern. Also bisher alles hier Buch. Die sogenannte slawische Verteidigung. Bauern nach C6. Die zu bringt den Springer raus. Und ja, Maxim könnte diesen Bauern schlagen. Der Hauptzug ist aber tatsächlich, das hier ist noch Theorie, auch einfach den Springer rauszubringen. Wenn dieser Bauer geschlagen wird, den kann Schwarz häufig nicht halten, weil es würde versuchen, den schnell zurückzugewinnen. Nehmen wir hier das Damen-Gambit. Genau. Kannst du das noch mal kurz erklären, was das bedeutet? Ja, ich will nicht Züge zurückmachen. Das verwirrt immer die Leute. Aber ja, Weiß hat diesen Bauern vorgeworfen. Gambit heißt ja häufig im Schachkontext, was zu opfern, um sich damit einen Vorteil zu verschaffen. Und ja, dieser Bauer opfert sich damit. Weiß die Mitte besetzen kann, was hier jetzt auch geschehen ist. Maxime schlägt diesen Bauern, aber Stefan Tietze macht sich im Zentrum breit. D schlägt C4, Bauer nach E4. Maxime sollte jetzt diesen Bauern verteidigen, hat das Zentrum aufgegeben, dafür hätte er erstmal einen Bauern mehr. Mit Bauer nach B5 könnte er den zum Beispiel überdecken. Das tut er auch. Und mal gucken. Bauer nach A4, ja, hier zeigt sich das Theoriewissen eines Stefan Tietzes, diese Stellung. Bekannt aus der Partie. Gustavsson gegen Schababalok, die wird ihm mit Sicherheit noch geläufig sein. Bauer nach A4 versucht dieses schwarze Konstrukt hier zu unterwandern. Bauer nach A6. Jetzt könnte Weiß, aber das weiß ich nicht, ob Stefan das sieht, hier schlagen. Der Bauer würde zurückschlagen und dann mit dem Springer schlagen. Wenn er dann nochmal zurückgeschlagen würde, hätten wir so eine Situation wie bei Vario gegen Reef, dass die Türme sich hier gegenüberstehen. Und wenn Weiß das sieht, könnte er den Turm da schlagen. Also so weit ist es noch nicht. Aber das wäre der typische Trick. Der Bauer schlägt und der Springer schlägt hier rein. Xim überlegt, er darf jetzt nicht mit dem anderen Bauern schlagen, denn dann wäre sein Turm in der Ecke. Ungedeckt. Also C schlägt B schon der einzig gute Zug hier. Ja, das spielt er auch. Jetzt bester Zug für Stefan. Wie gesagt, ich weiß nicht, aber das sieht, ist hier rein zu schlagen. Das ist tatsächlich alles noch Buch auch. Dann... Ist das für ein Start? Der Bauer schlägt zurück, der Turm schlägt hier, der Läufer geht raus. Also steht noch in den weißen Büchern. Sollte der Bauer nicht zurückschlagen, dann einfach das Pferd da lassen und ein bisschen im Zentrum das Zentrum bewachen lassen? Ja, Stefan macht das. Also er kennt hier den Trick. Ja, wenn nicht zurückgeschlagen wird, dann möchte der Sprenger sich wahrscheinlich wieder zurückziehen und dann hätte Weiß Vorteil. Die Bauern sind jetzt wieder ausgeglichen und die schwarzen Bauern werden dann ein bisschen vereinzelt. Während Weiß ja immer das Zentrum besetzt. Also ja, das macht Maxim, Läufer nach B7. Jetzt muss Stefan den Springer zurückziehen, denn jetzt ist der Springer angegriffen, dadurch, dass dieser Läufer den Turm überdeckt. Ja, und das macht er. Also Tietze mit gutem Start steht hier besser, hat den Bauern zurückerobert. Aber gut verteidigt diese Falle, finde ich, von Maxim. Also da hätte vielleicht auch der ein oder andere, einfach dann das Pferd geschlagen, den Springer, Entschuldigung. Alles gut. Ja, ja, also den Springer schlagen ist, glaube ich, sogar der beste Zug, aber verliert auf dem Papier Material, hält dafür die Struktur kompakter. Jetzt muss Maxim irgendwie Gegenspiel finden. Wenn man nichts tut, dann schlägt Stefan hier den Bauern raus, hat den Bauern mehr, macht dann das übliche Entwicklungsdenk. Also, gefährliche Lage erst mal. Dame nach C8 verteidigt den Bauern? Hätte ich auch vorgeschlagen. Wie kann Weiß jetzt den Bauern gewinnen? Mit einer weiteren klugen Figur. Figur. Das wollte ich hören. Also, man könnte Dame nach A4 Schach machen. Greift den König an. Und diesen Bauern auch noch ein zweites Mal. Komplizierter alles. Das erinnert mich manchmal ein bisschen an Matheunterricht, wenn dann der Lehrer kommt und einfach nur so... Ab und zu muss man auch mal fragen. Ja, so einfach so ein aus einem Minus ein Plus macht und plötzlich ergibt die Gleichung Sinn oder so. Gade, bitte einmal an die Tafel kommen. Das hat er sich recht schnell erledigt, tatsächlich. Aber man hat das Gefühl, Stefan weiß genau, was du willst. Also, er macht wirklich alles, was du sagst. Er ist halt auch ein Studioses, ne? Also, ich glaube, so Muster wird er auch schon mal gesehen haben. Das ist ja häufig der Vorteil, wenn man Nervenung spielt, die nicht alle anderen spielen, dieses Bauna E4, Bauna E5, sondern diese Damen-Gambit-Muster. Hier ist er natürlich auf seinem eigenen Terrain. Aber trotzdem ist noch nichts passiert. Maxim kann jetzt diesen Springer rausziehen. Sein Springer und sein Läufer attackieren ja auch hier in der Mitte. Also ist noch alles offen. Weißt du dir ein bisschen besser, sagt ja auch der Balken. Aber noch nichts Dramatisches passiert. Ist konzentriert, der Tietze, ne? Mir gefällt das Bild von Maxim. Also diese Tiefenunschärfe da im Hintergrund. Da sieht man halt, wer Streamer ist, ne? Das muss man schon sagen. Technisch gesehen von der Kamera, von der Optik, vom Sound, Maxim meiner Meinung nach drei Eiskugeln vorn. Das ist schon stark, ne? Also wie er hochauflösend davor, vor seiner weich gezeichneten Handelbank sitzt. Also ist schon beeindruckend. Dame nach c6. Biete jetzt den Damentausch an. Viele Möglichkeiten für Stefan. Bester Zug meiner Meinung nach. Bauer nach d5. Um hier gleich diesen Läufer einzuengen. Dann wäre Maxim gezwungen hier zu schlagen. Turm schlägt zurück. Und der Bauer wäre ein Kind des Todes. Stefan schlägt selber. Ist auch in Ordnung. Wenn der Läufer schlägt, dann wieder Bauer nach d5. Ne gute Idee. Also, sorry. Ne, ich wollte nur die Zeit mal erwähnen. Da sieht man, dass Stefan wirklich sehr schnell auch spielt. 39, zwei Minuten fast mehr als Maxim. Ja, in der letzten Party auch gesehen, das ist halt auch einer der Vorteile, die Stefan hat, dadurch, dass er dieses Wissen am Anfang hat oder die Muster drauf, dass er schneller spielen kann als Maxim, der ein bisschen Zeit nimmt am Anfang. Aber dann hinten raus wissen wir, wie gefährlich ist. Bauer nach d5. Wieder. Wieder, was ich sehen wollte, ne? Also, er verdient sich hier seine Vorschlusslorbeeren. Sag mal Vorschluss oder Vorschusslorbeeren? Vorschuss, glaub ich. Vorschluss macht auch wenig Sinn, ne? Aber sag mal, willst du nicht was ankündigen, was dann demnächst noch vielleicht zu sehen ist? Du und Stefan, ich hab gehört ... Ah, ja, 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 genau, da ist doch was. Oh, erst mal ist hier ein Läufer, der weggevorteil werden kann. Das war ein grober Fehler von Maxim. Jetzt wieder das selbe Thema, was wir vorhin hatten, dass wenn der Bau zurückschlägt, der Turm da angegriffen ist. Und wir sehen auch bei Stefan eine gewisse Freude im Blick. Soweit weiß ich nicht, ob ich soweit schon gehen würde, ob das Freude ist. Das war sehr gut. Ja, Maxim hat auch gesehen, dass jetzt was schiefgelaufen ist. Das Damen-Gambit wieder, ne? Gewinnt hier alle Fernsehpreise, gewinnt Stefan Tietze vielleicht diese Partie. Was soll das Damen-Gambit noch alles holen? Sprechschlicht E4. Jetzt, das ist dein Spezialgebiet. Etienne, was kann man machen? Natürlich spielst du auf die Gabel an. Natürlich. Die sich hier abzeichnet. Ich sehe sie allerdings noch nicht. Ah, aber Stefan sieht sie. Sprenger C7, Schach. Ach, da oben bist du. Greift König und Turm an. Und ja, gute alte Sprengergabel, häufig sehr, sehr lästig. Der König muss ziehen, der Turm ist weg. Also hier, Maxim wird überrannt. Also das ist, was ich letzte Partie meinte, was ihm passieren kann. Dadurch, dass er am Anfang in den Mustern nicht so drin ist, dass es Eröffnungs-Debakel geben kann. Und ja, Stefan mit Weiß hier. Macht einfach von... Da war sie, die Lego-Gabel. Hast du einen Lieblingsturm? Also Sprungturm im Schwimmbad? Einser, Dreier, Fünfer? Ich glaube, ich bin noch nie vom Zehner gesprungen tatsächlich. Fünfer habe ich mal gemacht. Zehner ist schon sehr, sehr hoch, finde ich. Also man schätzt so um die zehn Meter. Ich glaube, das weiß keiner ganz genau. Aber gut, ich bin ja, wie du weißt, auf einem Boot im Mittelmeer aufgewachsen. Ich bin natürlich von vielen Klippen gesprungen. Das stimmt. Die sind teilweise auch so mal 100 Meter hoch. Bauer nach E6. Na gut, Maxim kämpft hier für eine verlorene Sache. Ich glaube, das wird sich Stefan nicht mehr nehmen lassen. Er hat einen Turm mehr. Und einen Läufer mehr. Also acht Eiskugeln. Und er bietet auch wenig an. Er macht wirklich wenig Fehler einfach. Er hat jetzt der Druck auch nicht mehr so hoch, weil sich einen Fehler halt auch leisten kann. Und er hat die Zeit nachzudenken. Also es sieht nicht gut aus für Maxim. Es wird schwer. Sprecher nach C5 greift jetzt den Läufer an. Der könnte sich natürlich einfach tauschen. Könnte auch wegziehen. Also. Ja. Ruderad ist teuer. Die Spieler wissen natürlich auch... Ich würde jetzt spielen... Wer ist denn überhaupt dran? Weiß. Dann würde ich spielen... Nein, das hätte ich nicht. Ich hätte F3 auf... D4. Wir können den Läufer verteidigen. Hätten wir nämlich hier wieder eine Gabel gehabt. Jetzt könnte Stefan einen Schlauenzug machen. Mal gucken, was das zieht. Könnte Springer nach B6 Schach spielen. Der Springer ist ja in der Ecke. Soll da weggefangen werden. Würde sich gerne retten. Springer nach B6. Könnte nicht geschlagen werden. Weil der Springer gefesselt ist vom Läufer. Genau. Sonst so. Wie war dein Wochenende? Ich hab Batman wie Superman. Den Ultimate Cut hab ich mir geholt. Oh, gibt's da auch einen Zack Snyder Cut oder irgendwas? Drei Stunden Variant hab ich aber erst zur Hälfte geguckt. Den hab ich im Kino gesehen nicht. Den Ultimate Cut. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ja, ich auch. Aber so der Ultimate Cut bislang ganz gut. Leider nach hinten raus wird's mir dann auch zu viel. Der fängt eigentlich ganz solide an mit Storybuilding und alles. Am Ende knallt's dann nur noch. Und irgendwann steigt man dann auch wirklich, glaub ich, aus. Ist da nicht auch die Pointe, Spoiler Alert für alle, die Batman vs. Superman noch gucken wollten heute, dass sie sich friedlich einigen, weil sie irgendwann feststellen, dass ihre beiden Mütter oder Großmütter Martha heißen? Ja, das wird natürlich auch arg ins Lächerliche immer so gezogen. Ja, aber ja auch zu Recht, oder? Ja. Haben halt beide eine starke Bindung zu ihren Müttern gehabt. Ja, wenn eine Mutter nicht Martha, sondern Nina geheißen hätte, dann wäre es anders gelaufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Ultimate kommt. Oh, Thomas 3? Zitze! Kippt noch mal Turm. Und jetzt ist auf einmal nicht mehr ganz alles offen. Da sind wir. Aber es gibt Chancen, denn es fällt nicht nur der Turm, der Turm war auch der Beschützer dieses Springers. Das heißt, der Springer ist jetzt auch weg. Und Stefan hat zum Glück so viel Übergewicht gehabt, dass er immer noch eine Figur mehr hätte. Aber das war ganz schön viel Aderlass in einem Zug. Ja, und da haben wir sogar gesagt, er macht keine Leichtsinsfehler, aber er macht sie eben doch. Ja, keine leichten Fehler, aber einen schweren hat er hier gemacht. Trotzdem, er hat den Vorteil, dass er noch mehr Einheiten hat. Jetzt wird der Springer weggenommen. Aber der Selbsthass sehen wir auch ein bisschen am Bild. Er atmet durch. Sollte es hier zu einem Unentschieden kommen, wäre aber Stefan weiter. Genau. Maxim muss gewinnen. Also Maxim muss gewinnen. Erstmal Schach. Könnte Stefan parieren mit seinem Läufer. Oder er könnte den König auch ziehen. Wenn die Damen runter vom Brett sind, dann ist es nicht mehr so gefährlich, mit dem König zu ziehen. Aber auf einer E3 hätte ich auch gemacht. Pariert der Schach. Ökonomischer. Jetzt Tom schlägt A8. Den Springer muss er eh immer wegnehmen, weil er den Bauern hier noch angreifen. Also ist noch Arbeit für Stefan. Vielleicht schlägt er den auch mit dem König, um die E-Linie weiter im Auge zu behalten. Auch möglich. Aber dann hat er da noch eigentlich den schönen Bauern A3 als nächstes Ziel. Nur noch zwei Bauern in der Ecke. Das wird schwierig. Wer findest du, wer war der beste Batman? Ich würde sagen, Wild Kilmer, oder? Nein. Ja, ich ... Das ist schwer zu sagen. Ich mochte ... Also mein Lieblings-Batman-Film ist The Dark Knight, muss ich sagen. Und deshalb würde ich es, glaube ich, auch an Christian Bale geben. Ich bin auch mit Michael Keaton aufgewachsen. Ich fand den auch super als Batman. Hab neulich mal wieder Batman Returns geguckt. Ist natürlich wirklich eine Comic-Verfilmung im klassischen Sinne. Sieht wirklich aus wie ein Comic, aber nicht mehr so ganz gut gealtert. Konnte ich, hat mich jetzt nicht mehr ganz so ... Eher so aus Nostalgie-Gründen. Ich bin gespannt auf Robert Pattinson, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bin ich auch. Ja, ich bin auch. Ich glaube, Team Christian Bale. Michael Keaton, er ist später gerafft. Er spielt ja Bruce Wayne als sehr kaputten Typen eigentlich. Also fand ich eigentlich ganz interessant, wie er das angegangen hat. Ja, Alkoholiker auch und so. Ja, ja, aber auch sonst ein bisschen weh im Kopf. Ist mir damals beim Film nicht so aufgefallen. Aber ja. Hast du die Adam West-Batman-Serie aus den, ich weiß gar nicht, 60ern geguckt? Ja, na klar. Ja, damals gab's noch, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, ob du da gerade mit dem Boot im Mittelmeer unterwegs warst. Aber da gab's da immer diese ... 60er. ARD, ZDF, weiß gar nicht mehr, wo das, warum man anrufen konnte und sich einen Film, also für einen Film abstimmen. Konntest du dann meistens wählen zwischen Adriano, Celentano, dann einem Batman, Adam West-Batman und noch was. Und ich hab da, glaub ich, 20 Mal dann immer für Batman angerufen. Adriano Celentano ist aber auch super. Hm? Aber Adriano Celentano ist auch super. Adriano Celentano ist überragend, na klar. Ich weiß nicht mehr, wie die Filme heißen. So, gibt dem Affen Zucker oder so, war, glaub ich, einer. Ja, das ist ein Klassisch. Ja. Ja, das sag ich auch immer jungen Menschen, wenn ihr auch so einen überragenden Humor haben wollt, wie wir beide zum Beispiel, dann müsst ihr natürlich auch den euch erarbeiten mit Louis Define, mit Adriano Celentano, und Pierre Richard und all, wie sie halt heißen, ne? Es kommt nicht einfach so, es ist harte, harte Arbeit. Ja, das fliegt da nicht drüber. Adriano Celentano-Filme. Aber deshalb hab ich ja auch eine ELO 3000 auf Humor. Ist vielleicht kommerziell sogar noch wichtiger als eine ELO 3000. Wobei 3000 im Schach wär schon gut. Also jetzt 2600 im Schach, nicht so viel. Sonst Pink Panther, Peter Sellers? Ja, alles. Auch wichtig. So, Stefan Tietze hat hier immer noch alles im Griff. Hat immer noch eine Figur und zwei Bauern mehr. Ich würde, weil mich sowas immer nervös macht, einmal einen dieser Bauern vorziehen, um Grundlinien-Matz ganz auszuschließen. Also ... Hm. Da fällt mir ein Turm auf der letzten Reihe. Was hältst du von dem Namen? Matt Hummels? Matt Hummels, ja, hab ich auch schon. Hast du schon? Stand in den Comments. Als Vorschlag für Schachname, war ich auch nicht schlecht. Naja, gut. Ähm. Mats Wielander, da gibt's einiges. Aber, ja. Also hier, man möchte nicht, dass ein Turm auf die letzte Reihe kommt und den armen König da Schach setzt. Es sei immer nützlich, einen dieser Bauern in so einer Situation ein Feld vorzuziehen, einfach anders auszuschließen. Selbst von dem Schachnamen Axel Springer? Joa, joa. Springer-Gabel-mäßig auch, ne? Das ist ja in der Bildkantine auch verbreitet. In der Regie. Weiß nicht, wer den Knopf gedrückt hat. Aber das war wahrscheinlich Fabian Kraner. So, ich hör jetzt auch wieder auf. Das ist spannend genug. Na, ja. Einer geht noch. Sprenger nach C5. Zieht hier rein in die Fesselung. Das könnte Stefan jetzt ausnutzen, indem er seinen eigenen Sprenger wegzieht. Damit mit Turm und Läufer den Angriff auf diesen Sprenger eröffnet. Also Sprenger nach B3 zum Beispiel. Und das wäre Fesselpech. Seht ihr das? Mickey Rook. Finde ich auch nicht schlecht. Mickey Rook. Ja. Rookie Balboa. Ich war gestern, aber das war zu schlecht, als ich sag Ihnen jetzt, weil es ist ja nicht mehr gestern, Kulschachmatt. Puh. Ist ein bisschen weit hergeholt. Es ist zu weit hergeholt. Es ist nicht ... Liebe Grüße an Kulscher Varsch. Außer Trash-TV-Fan. Aber Kulschachmatt, ey. Das wäre jetzt gar nicht. War auch schon bei Erdbeerkäse, glaube ich. Wer nicht, muss man sagen. Wer nicht. Wir kriegen alle. So, Stefan Spielsprenner, F5. Also, er hat hier alles im Griff. Er darf nur das Grundlinienmatt nicht zulassen. Das wäre eigentlich das Einzige, was noch schiefgehen könnte. Keine Ahnung. Ich kriege es nicht mal vernünftig hin. Ja. Gestellt, aber so. Und ups, wäre Schachmatt. Aber nicht geschehen, nicht geschehen. Nur ein Beispiel. Ja, vielleicht wirklich sich das Hintertürchen H2 mal da aufmachen. Würde dadurch nicht viel riskieren. Also, er hat hier alles im Griff. Aber die Angst, die Angst ist immer da. Wenn man das häufiger erlebt hat. Maxim sieht natürlich aber auch, dass es hier schwer wird. Wenn du mit dem Springer auf ein bestimmtes Feld willst, ich sag jetzt mal zum Beispiel für die optimale Gabel C7. Wie kann ich das, also wie rechne ich das aus, welche Züge ich machen muss, um da hinzukommen? Ja, von D4 aus nicht so leicht. Der Turm stand ja im Weg. Das wäre der eine Weg, der andere hierhin. Ist auch versperrt. Also, Spreiner F5 war schon gut, denn er greift jetzt diesen Springer an und sagen wir, der würde verteidigt werden mit Turm nach C8. Dann hätten wir die Gabel hier auf E7. Ich meine nur, wenn ich ein spezifisches Feld mir raussuche, kannst du mit dem Springer theoretisch auf jedes Feld kommen, das du willst? Ja. Springer kann ja, ist ja Shapeshifter, kann die Farbe wechseln mit jedem Zug, kann jedes Brett auf dem Feld bestreichen. Im Gegensatz zum Läufer, der ja gebunden ist an seinen Farbkomplex. Ein Läufer kann nur auf schwarze Felder oder nur auf weiße Felder. Aber manchmal sind so Felder weit weg. Da muss man sich abzählen. Wie kommt der Springer da hin? Das ist häufig eine lange Tour. Springer jetzt nicht so flink. So, Maxim. Ja, guter Rat. Ist teuer. Die Zeit läuft auch runter. Er muss ja auf einen Aussetzer von Stefan hoffen. Er spielt Köln nach C6. Also, die Hoffnung wäre, der Läufer schlägt, dann wäre Turm ja einschlagmatt. Aber wenn der Turm schlägt, unterstützt vom Läufer. Dann fällt eine weitere Figur. Und nach wie vor. Ich mach das... Was ist hier los? Ich mach das so nervös, dass er nicht einen dieser Bauern vorzieht. Also Stefan hat alles im Griff. Ich würde unbedingt einen Bauern vorziehen wollen. Hier noch immer noch König nach B6. Jetzt gibt's Wege direkt zu gewinnen. So Abzugsschach, Turm nach E5. Der Läufer gibt Schach. Der Turm schlägt dann den Turm. Oder auf die Grundlinie würde auch gehen, oder? C8. Genau, das geht auch. Dann könnte der Turm sich noch für den Läufer hergeben. Aber wäre dieselbe Idee. Mal gucken, was Stefan macht. Hat auch noch viel Zeit auf der Uhr. Sechseinhalb Minuten. How to play chess online fast. Wer weiß hier immer wieder? Was will er tun? Heiner Dauerschach, sagt der Chat. Will nicht schlecht. Ja, Spähturm C1 möchte damit seine eigene Grundlinie überdecken. Lässt den Turm noch am Leben. Aber gut, er hat genug mehr Material angehäuft, dass es reichen wird. Aber es zeigt auch, dass er auf das Grundlinien-Schach offensichtlich achtet. Ja, das kriegt man immer eingebläut, die Grundlinie beschützen. Ist natürlich effizienter, einfach einen dieser Bauern ein Feld vorzuziehen. Dann kannst du mit dem Turm machen, was du willst. Muss der Turm nicht drauf aufpassen. Jetzt würde ich erstmal hier weiter Bauern schlagen. Turm B1, der versucht, den König am Rand abzusperren. Die nach A4. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht doch die Situation gibt, dass er den Läufer da wegruht. Ja, jetzt kann ich es ja gerade machen. Der Turm deckt das Feld ja. Naja, aber noch ist ja auch nichts zu Ende. Nö, nö, deshalb auch immer. In solchen Situationen der Rat an alle. Wenn man Einzugszeit hat, König AF1 verfolgt denselben Zweck. Jetzt auch kein Grundlinie-Matt mehr. Dann sich einmal drum kümmern. Dann kann man freier spielen. Maxim hatte, glaube ich, auch die letzte Hoffnung, dass hier irgendwie das passiert. Und jetzt nach König AF1 wird ihm die genommen. Hätte Maxim das irgendwie forcieren können? Nö, keine Chance. Hoffnung auf den Fehler. So, Stefan kann jetzt schnell matt setzen. Ich weiß auch nicht, ob er das Matt-Bild versteht. Er könnte Spreng nach C4 spielen und dann Turm nach B4 schachmatt. Könnte nicht alle Felder nehmen. Aber das ist kein so typisches Matt-Bild. Ich glaube, da kommt er nicht drauf. Ich lasse mich gerne eines Besseren belämmen. Kein Druck. Von so einem begabtesten Spieler der Geschichte, so ein Matt in 2. Nein, das soll ich nicht sagen. Es war so unfair dem armen Stefan gegenüber, dieses begabtesten Spieler der Geschichte, diese Bürde, die er mit sich rumträgt. Ja, jetzt natürlich. Wünsche ich keinem. Es geht auch um den König, alle Felder zu nehmen. Er ist am Rand schon eingesperrt. Am einfachsten wäre er es mit Spreng nach C4. Zack. Diese beiden Felder überdecken und dann dieses Schach geben. Er gibt das Schach gleich. Jetzt kann der König nur erstmal wieder weglaufen. Wenn er jetzt aus Versehen den König an zur Seite zieht, dann wäre Schachmatt. Er überlegt jetzt schon, wie er hier Matt stellen kann. Wenn man keinen Matt sieht, kann man auch immer erstmal sich auf diese Bauern stürzen. Zum Beispiel, das ist ja viel mehr Einheiten zum Angreifen. Also, weiß könnt ihr auch erstmal abräumen. Spreng B7 Schach. Ja, der König geht weg. Bringt ihm dem Matt jetzt nicht so viel näher. Werden Sie sehen, vielleicht. Der Sprenger stand schon gut auf D6. Ich würde zurückgehen und würde hier Schachmatt drohen. Turnt ein bisschen durch die Gegend. Auch gut genug, wenn der Turm jetzt das Feld aus dem Blick lässt. Dann könnte er Turm hier Schach geben und der Sprenger käme wieder. Aber die Figuren noch nicht völlig koordiniert bei Tietze für den finalen Mattangriff. Ich bin gespannt, ob sein Schachttrainer Käpt'n Raffo, unser ehemaliger sehr geschätzter Kollege Raphael, auch im Chat ist und jetzt hier sein Paderwan beobachtet. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Raffo sich das anguckt. Hm? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Raffo sich das anguckt. Naja, das ist wahrscheinlich zu viel Amateur-Kram. So, Stefan. Spreng nach C6 wär gut. Nimmt wieder dem König die beiden Fluchtfelder. Nein! Turm A4 ist schlecht. Lässt den König raus. Und jetzt nach König nach B5 sind auf einmal alle weißen Figuren angegriffen. Also, er macht's doch mal spannend hier, der Tietze. Jetzt nach König B5. Läufer ist angegriffen, Sprenger ist angegriffen, Turm ist angegriffen. Der König bricht aus, aus diesem Mattnetz, was ja um ihn schon geknüpft war. Also hier, die nerven doch wieder bei Stefan. Das weiß er ja eigentlich, dass man den König abschneidet und so weiter. Jetzt, naja, alles offene ist übertrieben, weiß er so viel Material, das er im Griff hat. Aber da hat er ein Eigentor geschossen. Raffo ist im Chat. Das hab ich niemals gedacht. Er schreibt, er hört es aber nur. Ist das eine Beleidigung, dass er uns nicht sehen will? Ich würd sagen, auf dem Niveau hört man Schach. Spiel er sein mit dem Kopf mit. Heieiei, da war's eigentlich schon vorbei. Und Turm A4 Schach, jetzt muss Stefan wieder von vorne anfangen. Und der hat sich auch geärgert, hat man gesehen? Maxim wittert noch mal ein bisschen Hoffnung. Turm nach A8, gut gespielt. Gut gespielt, ich weiß nicht. Denn der Sprenger war angegriffen, der Turm war angegriffen und der Läufer war angegriffen. Und jetzt rettet sich der Turm, rettet den Sprenger. Und nach Köln schlägt C5, könnte man auch den Abzugsangriff machen, das sieht er nicht. Mit Sprenger B7 Schach, den König Schach setzen und dann den Turm schlagen. Oh ja, gemein. Er spielt Bau nach A4, was aber auch gut genug ist in der Umstände. Ich weiß, was Maxim vorhat. Er möchte mit dem König hier hin und dann Turm E1 Schach, Matt. Wenn Stefan das übersieht, dann geht's in den Tiebreak. Das sollte er normalerweise sehen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob er das sieht. Es sind nur zwei Züge. Stimmt. Das wäre ein ganz schönes Combat. Es bleibt spannend. Wenn Maxim das noch mal dreht, muss ich sagen. Maxim grinst auch so ein bisschen. Er grinst in die Kamera. Er hat den letzten Trick hier noch gesehen. Aber nee, da. Nicht mit Tietze. Spielverderber Tietze macht seinem König ein neues Feld. Und damit hat er jetzt alle Zeit erwählt, hier mit dem Bauern vorzurennen. Denn jetzt ist das nur ein Schachgebot. Aber Maxim hat das gleich gesehen, die letzte Chance. Da ist er echt sehr, sehr ressourcenreich. Ja, er hat dieses Grundlinien-Schach, glaube ich, seit zehn Minuten im Auge. So als seine letzte Chance. Und hat jetzt da noch mal ein bisschen Luft gewöhnt. Vielleicht versuche er jetzt noch mal den Bauern hier hin zu rennen. Könnte ich das Feld zu nehmen. Das ist natürlich eine weite Reise. Nee, er gibt das Schach. Aber damit zwingt er den König jetzt ja in den sicheren Hafen. Er sperrt ihn da zwar ein. Er macht die Hoffnung, ein Bauer hier wäre Schachmatt. Aber dazu müsste der Bauer dieses Feld überqueren, wo er geschlagen würde. Ja, vier Züge. Schwierig. Und auch da macht sich Luft. Trotzdem, es ist noch nicht so souverän hier. Jetzt, der Bauer wird geschlagen, König schlägt, der schwarze König kommt rüber. Da gibt es immer noch Möglichkeiten, sich matt setzen zu lassen. Denn die weißen Figuren chillen hier ja am anderen Ende des Brettes. Jetzt nicht so involviert in die Action. Aber nee, Turm H1 lässt ihn raus. Das war praktisch ein Fehler von Maxim. Na, jetzt ist der König sicher. Kann hier ja mal wegrennen. Hast du Deutschland gegen Rumänien geguckt gestern? Nein. So einen Quatsch gucke ich mir nicht an. Aber ich habe mir diese Hopp-Doku angeguckt. Hopp-Doku? Dietmar Hopp-Doku von, wie heißt er? Bayer, der ZDF-Sporttyp. Ultras gegen Dietmar Hopp. Ach ja, das habe ich so am Rande mitgekriegt. Ich bin ja nicht so im Fußball geschehen. Und was war die Schlussfolgerung? Ja, weiß ich ehrlich gesagt, auch nicht so richtig. Bin ich nicht so richtig schlau geworden, dass beide Seiten natürlich ... Beide Seiten haben Fehler begangen? Beide Seiten haben Fehler gemacht. Kann man von dieser Partie auch behaupten. Aber Stefan Tietze hat trotzdem alles im Griff. Er hat sich jetzt eine weitere Dame geholt. Wenn ein Bauer die Grundreihe erreicht, wird er ja zu einer Dame. Und könnte jetzt hier nochmal wieder die berühmte Springergabel anbringen. Letzte Hoffnung für Maxim wäre, dass er Patt gesetzt wird. Aber selbst das würde ihm nichts nützen. Klingt ihm ja nicht. Denn er liegt ja hinten im Match. Er muss ja gewinnen. Und das ist nicht mehr realistisch. Ja, da kommt der Springer. Und damit geht der Turm flöten. Die erste Einheit verschwindet. Okay, das war Last. König nach G6. Jetzt gibt es wieder diverse Möglichkeiten, Matt zu setzen. Dame A6 Schach. Jetzt kann er die Stufenmethode ansetzen. Der Tietze, die wir da kennen. Schon nach G8 wäre er auch sofort Schach, Matt. König nach G5 wäre Patt. Würde auch reichen, aber würde ihn vielleicht nochmal tilten. Ja, aber er macht es hier stufenweise. Er atmet durch. Uff, runter. Finally. Es hat ein Ende. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sneak dich da hinten noch. Was ist denn hier los? Das war das Gegenteil vom ersten Spiel. Ja, es war spannend ohne Ende. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Stefan Tietze für den Einzug ins Halbfinale. Ja, GG, Maxim. Ja, absolut verdient. Also da hat man, denke ich, so ein paar krasser Tricks gemerkt. Also gerade diese, also diese, diese Patzer, sage ich mal von mir, wenn du mich in doppelte Situationen bringst und ich irgendwas verschlafe. Das hat man schon gemerkt. Also ein guter Spieler bestraft super krass Fehler. Und das hat sich sehr schmerzhaft angefühlt. Jetzt beim zweiten Spiel sogar noch mehr. Ich glaube, ich kam ein bisschen zurück sogar. Ein paar coole Momente gab es. Zwecks Comeback. Voll. Aber war die Unterzahl. Weil ich glaube, ich war ja zwei richtige Figuren hinterher. Wir schauen mal drauf. Wir schauen mal drauf. Denn es war erst sehr deutlich. Und am Ende gab es, dann haben wir teilweise hier noch überlegt, wird es hier doch nochmal das Comeback von Maxim geben. Wir schauen mal auf die Schlüssel Situation. Ja, am Anfang hat sich, glaube ich, auch ausgezahlt, das wissen wir auch, dass Stefan sich viel mit Schach beschäftigt hat und hier im sogenannten Dammgambit so ein paar Muster schon mal gesehen. Das war ein wichtiger Trick, diesen Bauern zu schlagen. Und wenn der Turm zurückschlägt, dann ist eben der andere Turm hier in der Ecke weg. Und das wurde Maxim ja auch ein paar Züge später nochmal zum Verhängnis, diese Turmgegenüberstellung. Hier nach D5, weißt du, ein bisschen besser, aber noch nicht viel passiert. Dieses Läufer nach B5 war halt Fehler, weil jetzt nicht zurückgeschlagen werden kann, da der Turm weg ist. Und danach war es eigentlich schon schwer für Maxim. Dann kam auch noch die Gabel hinterher. Also hier haben wir es eigentlich schon. Dass ich das zweimal miteinander verkackt habe, war furchtbar. Und da ließ meine Konzentration dann völlig nach. Also da bin ich nicht gut darin, das zu Ende zu bringen oder sowas. Das habe ich nicht hingekriegt. Aber dann habe ich meinen Turm hergeschenkt und dachte mir, jetzt geht das schon wieder los. Ja, ich habe mir das eigentlich schon abgehackt. Dann hat Stefan noch ein bisschen Luft reingelassen. So dieses Turm A3 war natürlich nochmal ein Geschenk, den Turm herzugeben und dann den Springer auch. Aber Weiß hatte so viel Vorteil tatsächlich, dass es da nicht mehr so eine gute Chance gab. Ich glaube, Maxim hatte auch vielleicht zu Recht, weil es die einzige Chance war, eine lange Zeit im Auge so einen Grundlinienmatt zu machen hier. Aber das hat Stefan dann auch im Blick gehabt, immer pariert. Hast du das die ganze Zeit auch im Blick gehabt, Stefan? Ja, ich habe die ganze Zeit mit mir selbst geredet, Grundlinienmatt, Grundlinienmatt. Wir haben die ganze Zeit gesagt, warum macht er denn nicht da bei H2 oder so die Tür ein bisschen auf, damit wir alle ruhiger schlafen können. Aber kam er dann später noch. Ja, beziehungsweise hast du den König dann auf F1, glaube ich, gestärkt. Ja, ich dachte, dann ist er vielleicht ein bisschen schneller dann im Spiel. Wer weiß denn, ob man den Leichter in der Mitte irgendwo noch braucht. Aber ja, da habe ich gemerkt, ich habe eigentlich daran denken wollen, aber dann irgendwann kam Maxim dann mit dem König runtergelaufen, wo ich dachte, was wäre denn jetzt? Und dann sah ich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, da droht auch wieder was. Und dann wurde es nochmal richtig spannend, hatte ich das Gefühl. Ja, das war relativ zum Ende, wo deine Figuren auch auf der anderen Seite des Bretts sozusagen waren. Ja, der Turm war völlig abgeschnitten. Da konnte man gar nicht so schnell zurücklaufen. Und dann hatte ich da ein bisschen Panik bekommen. Und dachte mir, komm, dann habe ich mir dann das Schlupfluch, glaube ich, gebaut. Weil das wäre nämlich ein Matt in zwei Zügen gewesen, aber da hast du dann mit G2 den richtigen, die Balkontür aufgemacht sozusagen. Sagt man das so? So sagt man, ja. Ja, das war, ja, das ist ja auch eine Stärke von Maxim hier im Endgame. Er später jede letzte Chance, mit dem König hier nochmal anzukommen, hat Stefan dann verriert. So sehr, wirklich, unfassbar. Und hier gab es nochmal eine Situation, Jan, da warst du nicht zufrieden, da hättest du den König nicht so leicht rauskommen lassen. Ja, es ist hier relativ hoffnungslos. Ich hätte hier noch spekuliert, so keine Ahnung, mit dem König rüberzugehen, in der Hoffnung, dass hier noch irgendwas passieren kann, weil man hier auch nochmal Matt-Bilder bauen könnte, wenn man viel Glück hat, jetzt passiert irgendwas. Und das hier wäre nochmal Schachmatt. Während Maxim hat Schach gegeben und damit den König eigentlich zu seinem Glück gezwungen, hier in die Freiheit zu laufen. Und danach konnte man ihn halt nicht mehr erwischen. Und weiß hat Zeit, sich hier die Dame zu holen. Wärst du weiter weggelaufen, wenn ich nach rechts gelaufen wäre mit dem König? Hättest du das weitergelesen, Stefan? Ja, solche Matt-Bilder, die habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Da hilft es dann vielleicht ein bisschen, du bist ja ein wahnsinnig intuitiver Spieler und so. Also unfassbar, was du für Skills hast. Aber sowas zum Beispiel, da bin ich dann froh, sowas mal schon mal gesehen zu haben. Ich präge solche Muster dann ein irgendwie und dann hätte ich das wahrscheinlich gesehen. Also auch dann, wenn so ein König ankommt und dann ist da unten ein Turm und mein König hängt nur hinter zwei Bauern so, dann gehen schon so Alarmglocken an. Oder auch dieses Grundlinien-Matt, glaube ich, hätte ich vor zwei Monaten irgendwie auch noch, wäre ich tausendmal reingelaufen, irgendwie ins offene Messer. Das hat sich dann irgendwie eingeprägt. Also da hat sich das viele Spielen dann irgendwie ausgezahlt. Ich habe dann auch lange gehofft, dass du den Läufer einfach so wegbewegst und ich da einfach durchfaschere. Die Frage ist, lasse ich mir jetzt lange Zeit oder nicht? Vielleicht hätte ich einfach super schnell ziehen müssen, hätte ich dich quasi auch nervös gemacht damit. Ja, du, das war nicht nötig. Puls war auf 180, also. Das ist geil. Also ich glaube, beim nächsten Mal werde ich dann auch nochmal ein paar Stunden reinsteigen. Aber ich glaube, gerade wenn du sagst, dass du einige Dinge antrainiert hast oder dass das zum Beispiel passiert wäre, das macht halt viel Spielen aus. Also zum Beispiel für mich sind ja alle Züge komplett neu. Also der Start, Alter. Was war denn das für ein Start? Das Geil ist, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich auch noch nie. Also ich spiele da im Gambit viel und so und habe mich da viel eingeprägt und so. Und habe dann so ein, zwei Mechanismen am Anfang, um mich an diesen Bauern zu klammern. Weil den kriege ich zurück. Das ist so mein Mindset gewesen. Diese ganzen Sachen habe ich dann auch noch nie gesehen. Aber ich habe dann gesehen, ah, okay, dein Bauer ist gefesselt, weil sonst habe ich den Turm. So, das kennt man dann aus irgendwelchen anderen Matt-Puzzles oder sowas. Und dann habe ich gesehen, dann habe ich halt diese Fesselung ausgenutzt. Das habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Das Geile ist halt, das ist wie eine Sprache lernen irgendwie. Also du hast dann, wenn du ein paar Bausteine hast, dann kannst du dann vielleicht ein bisschen weiterdenken. Und erkennst dann plötzlich solche Muster. Und ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg war, diesen Bauern irgendwie zurückzubekommen. Ich habe mich dann irgendwie dann geklammert. Aber das fand ich dann auch ganz cool. Aber leider Gottes hilft es halt auch nicht, wenn man dann irgendwie zwischendurch umkonzentriert das Ding nie nach Hause. Ja, so habe ich auch gedacht. Also nochmal für Maxim, für nächstes Mal, soweit ist das alles noch bekannt. Und hier der beste Zug, auch wenn es komisch aussieht, ist tatsächlich diesen Springer zu schlagen, den Turm zu opfern sozusagen für den Springer. Der Turm schlägt hier rein. Aber du kannst jetzt gleich Gegenangriff machen mit Läufer nach B7, attackierst den Turm und deckst damit gleichzeitig mit der Dame deinen Springer. Der Läufer kann sich dann hier in der Mitte bedienen und das Spiel geht weiter, ist immer noch so grob ausgeglichen. Aber wenn man das halt nicht weiß und das alles sich auf die Schnelle überlegen muss, ist halt super kompliziert. Ja, gerade wenn es so zwei, drei Tauschfolgen sind, dann ist es wirklich schwer. Also das ist, glaube ich, so Memory-mäßig halt schon wichtig, das ein paar Mal gesehen zu haben. Weil so zwei, drei Züge kriege ich irgendwie hin, aber so Schlagzüge, und wenn der dann einmal abweicht, ist es halt okay. Okay. Wir schauen jetzt mal auf den Turnierbaum. Der Titelverteidiger ist raus, Maxim Markov. Stefan Tietze zieht ein ins Halbfinale, trifft da auf Tim Heinke. Er könnte auch Geschwister sein, wenn ich so auf das Bild da gucke. Fast ähnlich, er fehlt natürlich das Salzhaarspray, aber Tim ist ja auch noch entwicklungsfähig. Den kriegen wir auch noch rum. Aber das wird zwar Banger, denke ich. Das ist richtig, also Tim gegen Stefan wird bestimmt richtig nice. Und morgen dann haben wir es eben auch noch gesehen, Nova gegen Vlesk. Auch sehr spannend, weil wir die auch noch nicht bei uns im Turnier hatten und deshalb dich so richtig einschätzen können. Ja, Vlesk kann ich ein bisschen einschätzen, mit dem ich ja ein, zweimal Training gemacht habe. Ist nicht lange dabei, aber auch wahnsinnig schnell Fortschritte gemacht. Hat ein Probematch gegen Matteo, ja auch schon Ex-Turniersieger, hier 2 zu 0 für sich entschieden. Also Vlesk ist schon ziemlich gut. Nova weiß ich gar nicht, die trainiert mit unserer lieben Kollegin Sonja Blum. Soll wir als Kind viel gespielt haben, habe ich gar keine Ahnung von. Also ich bin sehr gespannt. Aber hat sie als Kind viel Schach gespielt oder hat sie einfach nur als Kind viel gespielt? Ja, die Information habe ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie als Kind viel gespielt. Ja gut, dann werden wir sie einfach das morgen fragen. Gleiche Zeit, gleicher Sender, 17.30 Uhr. Maxim, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und versucht hast, deinen Titel zu verteidigen. Wenn du uns vielleicht deinen Pokal in einen frankierten Briefumschlag packen könntest, weil wir müssen sonst jedes Mal einen neuen bauen, das ist halt auch weiß, Rocket Beans und so weiter. Aber ich habe schon das ganze Gold abgekratzt und damit, das ist schon angelegt. Ja gut, wir lackieren ihn neu. Auch noch einen frankierten Briefumschlag, dass ihr ihn umsonst weiterschickt mit dem Pokal. Vielen Dank, Maxim, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens beim nächsten Turnier oder bei der Gamevation dann im Sommer. Keine Ahnung, irgendwo sehen wir uns. Denke ich auch. Es hat mega viel Spaß gemacht und danke nochmal. Ich schaue mir den Cast jetzt sofort an. Tschüss, Maxim. Und Stefan, wir sehen uns dann. Wann ist das Halbfinale? Wissen wir es schon? Ich habe doch keine Ahnung. Wann ist das letzte Viertelfinale? Dann, ich weiß nicht, wie es terminiert ist. Ich vermute Mittwoch oder Donnerstag? Okay, das sehen wir nochmal. Guckt es nach die ganze Woche zu. Ich habe mir noch die große Ankündigung, die du angekündigt hast. Die große Ankündigung? Ja, was ich mit Stefan Tietze noch vorhabe. Genau. Und es ist natürlich gut, dass er jetzt gewonnen hat, sonst wäre er jetzt auch wieder unangenehm. Komm, das machen wir im Halbfinale. Wollen wir im Halbfinale machen? Alles klar, alles klar. Werd weiter angeteast. Werd noch nicht verraten. Das ist doch der Cliffhanger. Okay, dann kündige ich an, was ich mit Stefan, ich habe mit Stefan auch was gemacht. Das kündige ich aber auch erst im Halbfinale an. Okay. Oder? Das verrätst du erst im Halbfinale. Das verrate ich auch erst im Halbfinale. Ich dachte, das meintet ihr. Wir haben zwei Ankündigungen. Wir haben zwei Ankündigungen. Eine Sache, die noch kommt. Und dann noch Thailand 2022. Und die Thailand Open auch noch. Leute, Leute, hier entstehen Freundschaften über Schach. Das ist doch auch schön. Schach verbindet. Das hat noch nie jemand über Schach gesagt. Ja, wir machen es möglich. Danke. Großmeister Jan Gustavsson, vielen Dank Stefan Tietze. Vielen Dank an den Chat. Jetzt gibt es eine nie gelangene Ausgabe Bundesliga. Und zwar heute das zweite Bundesliga-Special. Deshalb bin ich auch nicht dabei, weil was habe ich mit der zweiten Bundesliga am Hut? Achso, zweite Liga. So sieht es aus. Schaut euch das auf jeden Fall an. Später noch Game Talk und vieles weitere. Also bleibt dran. Wir sind raus. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Schaut euch das auf jeden Fall an. Tschüss. Tschüss. T pensar. Tbery. 'te Amy Es